viertes buch erstes kapitel viertes buch agathon wird durch hippias mit der schönen danae bekannt erstes kapitel unerwartete ungelehrigkeit des agathon konnte sich wohl für berechtiget halten einigen dank bei seinem lehrjünger verdient zu haben da er sich so viele mühe gegeben hatte ihn weise zu machen allein wir müssen es nur gestehen er hatte es mit einem menschen zu tun der nicht fähig war die wichtigkeit dieses dienstes einzusehen oder die schönheit eines lehrbegriffs zu empfinden welcher dem ganzen system seiner eigenen begriffe und gefühle so sehr zuwider war die erwartung des sophisten wurde also nicht wenig betrogen als agathon wie er sah daß sein weiser gebieter zu reden aufgehört hatte ihm diese kurze antwort gab du hast eine schöne rede gehalten hippias deine beobachtungen sind sehr fein deine schlüsse sehr bündig deine maximen sehr praktisch und ich zweifle nicht daß der weg den du mir vorgezeichnet hast wirklich zu einer glückseligkeit führe deren vorzüge vor der meinigen du in ein so helles licht gesetzt hast dem ungeachtet empfinde ich nicht die mindeste lust so glücklich zu sein und wenn ich mich anders recht kenne so werde ich schwerlich eher ein sophist werden bis du deine tänzerinnen entlässest dein haus zu einem öffentlichen tempel der diana widmest und nach indien ziehst ein gymnosophist zu werden hippias lachte über diese antwort ohne daß sie ihm desto besser gefiel und was hast du gegen mein system einzuwenden fragte er dass es mich nicht überzeugt erwiderte agathon und warum nicht weil meine erfahrungen und empfindungen deinen schlüssen widersprechen ich möchte wohl wissen was dies für erfahrungen und empfindungen sind die demjenigen widersprechen was alle welt erfährt und empfindet du würdest mir beweisen dass es schimären sind und wenn ich es bewiesen hätte so würdest du es nur dir bewiesen haben du würdest nichts damit beweisen als dass du nicht kallias bist aber die frage ist ob hippias oder kallias richtig denkt wer soll richter sein das ganze menschliche geschlecht was würde das wieder mich beweisen sehr viel wenn zehn millionen menschen urteilen daß zwei oder drei aus ihrem mittel narren sind so sind sie es dies ist unleugbar aber wie wenn die zehn millionen deren ausspruch dir so entscheidend vorkommt millionentoren wären und die drei wären die klugen wie müsste dies zugehen können nicht zehn millionen die pest haben und sokrates allein gesund bleiben diese instanz beweist nichts für dich ein volk hat nicht immer die pest allein die zehn millionen denken immer so wie ich sie sind in ihrem natürlichen zustande wenn sie so denken und wer anders denkt gehört also entweder zu einer anderen gattung von wesen oder zu den wesen die man toren nennt so ergeb ich mich in mein schicksal es gibt noch eine alternative junger mensch du schämest dich entweder deine gedanken so schnell zu verändern oder du bist ein heuchler keines von beiden hippias leugne mir zum exempel wenn du kannst daß dir die schöne cyane die uns beim frühstück bediente begierden eingeflößt hat und daß du verstohlne blicke ich leugne nichts so gestehe daß das anschauen dieser runden schneeweißen arme dieses aus der flatternden seide hervoratmenden busens die begierde in dir erregte ihrer zu genießen ist das anschauen kein genuß keine ausflüchte junger mensch du betrügst dich hippias wenn es erlaubt ist einem weisen das zu sagen ich bedarf keiner ausflüchte ich mache nur einen unterschied zwischen einem mechanischen triebe der nicht gänzlich von mir abhängt und dem willen meiner seele ich habe den willen nicht gehabt dessen du mich beschuldigest ich beschuldige dich nichts als dass du meiner spottest ich denke daß ich die natur kennen sollte die schwärmerei kann in deinen jahren keine so unheilbare krankheit sein daß sie wieder die reizungen des vergnügens sollte aushalten können deswegen vermeide ich die gelegenheiten du gestehest also daß cyane reizend ist sehr reizend und daß ihr genuß ein vergnügen wäre vermutlich warum quälest du dich denn dir ein vergnügen zu versagen das in deiner gewalt ist weil ich mich dadurch vieler andrer freuden berauben würde die ich höher schätze kann man in deinem alter so sehr ein neuling sein was für ein vergnügen das allen übrigen menschen unbekannt ist hat die natur für dich allein aufbehalten wenn du noch größere kennest als dieses doch ich merke dich du wirst mir wieder von der wonne der geister von nektar und ambrosia sprechen aber wir spielen itzt keine komödie mein freund hippias ich rede wie ich denke ich kenne vergnügungen die ich höher schätze als diejenigen die der mensch mit den tieren gemein hat zum exempel das vergnügen eine gute handlung zu tun was nennest du eine gute handlung eine handlung wodurch ich mit einiger anstrengung meiner kräfte oder aufopferung eines vorteils oder vergnügens anderer bestes befördere du bist also töricht genug zu glauben daß du andern mehr schuldig seist als dir selbst das nicht sondern ich glaube vernünftig zu handeln wenn ich ein geringeres gut dem größern aufopfere welches ich genieße wenn ich das glück meiner nebengeschöpfe befördern kann du bist sehr dienstfertig gesetzt aber es sei so wie hängt dies mit demjenigen zusammen wovon itzt die rede ist dies ist leicht zu sehen gesetzt ich überließe mich den eindrücken welche die reizungen der schönen cyane auf mich machen könnten und sie gewährte mir alles was ein geschöpf wie sie gewähren kann eine verbindung von dieser art könnte wohl von keiner langen dauer sein aber würden die erinnerungen der genossenen freuden nicht die begierden erwecken sie wieder zu genießen eine neue cyane würde mir wieder gleichgültig werden und eben diese begierden zurücklassen eine immerwährende abwechslung ist also hierin wie du siehst das gesetz der natur aber auf diese art würde ichs gar bald so weit bringen keiner begierde widerstehen zu können wozu brauchst du zu widerstehen solange deine begierden in den schranken der natur und der mäßigung bleiben wie aber wenn endlich das weib meines freundes oder welche es sonst wäre die der ehrwürdige name einer mutter gegen den bloßen gedanken eines unkeuschen anfalls sicherstellen sollte oder wie wenn die unschuldige jugend einer tochter die vielleicht keine andere mitgift als ihre unschuld und schönheit hat der gegenstand dieser begierden würde über die ich durch so vieles nachgeben alle gewalt verloren hätte so hättest du dich in griechenland wenigstens vor den gesetzen vorzusehen allein was müsste das für ein gehirn sein das in solchen umständen kein mittel ausfindig machen könnte seine leidenschaft zu vergnügen ohne sich mit den gesetzen abzuwerfen ich sehe du kennest die schönen zu athen und sparta nicht o was dies betrifft ich kenne sogar die priesterinnen zu delphi aber ist's möglich dass du im ernste gesprochen hast ich habe nach meinen grundsätzen gesprochen die gesetze haben in gewissen staaten denn es gibt einige wo sie mehr nachsicht tragen für nötig gefunden unser natürliches recht an eine jede die unsere begierden erregt einzuschränken allein da dies nur geschah um gewisse ungelegenheiten zu verhindern die aus dem ungescheuten gebrauch jenes rechts in solchen staaten zu besorgen wären so siehst du dass der geist und die absicht des gesetzes nicht verletzt wird wenn man vorsichtig genug ist zu den ausnahmen die man davon macht keine zeugen zu nehmen o hippias rief agathon hier aus ich habe dich wohin ich dich bringen wollte sieh einmal die folgen deiner selbstsüchtigen grundsätze wenn alles an sich selbst recht ist was meine begierden wollen wenn die ausschweifenden forderungen der leidenschaft unter dem namen des nützlichen den sie nicht verdienen die einzige richtschnur unsrer handlungen sind wenn den gesetzen nur mit einer guten art ausgewichen werden muß und im dunkeln alles erlaubt ist wenn die tugend und die hoffnungen der tugend nur schimären sind was hindert die kinder sich sobald es ihnen nützlich ist und ungestraft geschehen kann wieder ihre eltern zu verschwören was hindert die mutter sich selbst und ihre tochter dem meist bietenden preis zu geben was hindert mich wenn ich dadurch gewinnen kann den dolch in die brust meines freundes zu stoßen die tempel der götter zu berauben mein vaterland zu verraten oder mich an die spitze einer räuberbande zu stellen und wenn ich macht genug dazu habe ganze länder zu verwüsten ganze völker in ihrem blute zu ertränken siehst du nicht daß deine grundsätze die du unverschämt weisheit nennest und durch eine künstliche vermischung des wahren und falschen scheinbar zu machen suchst wenn sie allgemein würden die menschen in weit ärgere ungeheuer als hyänen tiger und krokodile verwandeln würden du spottest der religion und der tugend wisse nur den unauslöchlichen zügen womit ihr bild in unsre seelen eingegraben ist nur dem geheimen und wunderbaren reize der uns zu wahrheit ordnung und güte zieht und den gesetzen besser zu statten kommt als alle belohnungen und strafen nur diesem ist es zuzuschreiben daß es noch menschen auf dem erdboden gibt und daß unter diesen menschen noch ein schatten von sittlichkeit und güte zu finden ist du erklärst die ideen von moralischer vollkommenheit für phantasien siehe mich hier hippias so wie ich hier bin biete ich den verführungen aller deiner cyanen den scheinbarsten überredungen deiner egoistischen weisheit und allen vorteilen die mir deine grundsätze und dein beispiel versprechen trotz eine einzige von jenen phantasien ist hinreichend die unwesentliche zauberei aller deiner blendwerke zu zerstreuen nenne die tugend immerhin schwärmerei diese schwärmerei macht mich glücklich und würde alle menschen glücklich machen würde den ganzen erdboden in ein elysium verwandeln wenn deine grundsätze und diejenigen welche sie ausüben nicht so weit ihr ansteckendes gift dringt elend und verderbnis ausbreiten agathon wurde ganz glühend indem er dies sagte und ein maler um den zürnenden apollo zu malen hätte sein gesicht in diesem augenblick zum urbild nehmen müssen der weise hippias hingegen erwiderte diesen eifer mit einem lächeln welches dem momus selbst ehre gemacht hätte und sagte ohne seine stimme zu verändern nunmehr glaube ich dich zu kennen callias und du wirst von meinen verführungen weiter nichts zu besorgen haben die gesunde vernunft ist nicht für so warme köpfe gemacht wie der deinige wie leicht wenn du mich zu verstehen fähig gewesen wärest hättest du dir den einwurf selbst beantworten können daß die grundsätze der sophisten verderblich wären wenn sie allgemein würden die natur hat schon dafür gesorgt daß sie nicht allgemein werden doch ich würde mir selbst lächerlich sein wenn ich deine begeisterte apostrophe beantworten oder dir zeigen wollte wie sehr auch der affekt der tugend das gesicht verfälschen kann bleibe wenn du kannst immer was du bist fahre fort dich um den beifall der geister und die gunst der ätherischen schönen zu bewerben rüste dich dem ungemach daß dein platonismus dir in dieser unterwelt zuziehen wird großmütig entgegen zu gehen und tröste dich wenn du leute siehst die niedrig genug sind sich an irdischen glückseligkeiten zu weiden mit dem frommen gedanken daß sie in einem andern leben wo die reihe an dich kommt glücklich zu sein sich in den flammen des phlegeton wälzen werden mit diesen worten stand hippias auf warf einen verächtlich mitleidigen blick auf agathon und wandte ihm den rücken zu um ihm mit einer unter seines gleichen gewöhnlichen höflichkeit zu verstehen zu geben daß er sich zurückziehen könne viertes buch zweites kapitel drittes kapitel von geschichte des agathon viertes buch zweites kapitel zweites kapitel geheimer anschlag gegen die tugend unsers helden vermutlich wird es einige leser dünken hippias habe in seinem diskurs bei seinem schönen sklaven einen größeren mangel an erfahrung und kenntnis der welt vorausgesetzt als er nach allem was mit unserem helden bereits vorgegangen war zu tun ursache hatte wir müssen also zu entschuldigung dieses weisen sagen daß agathon aus ursachen die uns unbekannt geblieben sind für gut befunden hatte aus dem glänzenden teile seiner begebenheiten und sogar aus seinem namen ein geheimnis zu machen denn dieser name war durch die rolle die er zu athen gespielt hatte in den griechischen städten allzu bekannt geworden als daß er es nicht auch dem hippias hätte sein sollen wiewohl dieser seitdem er in smyrna wohnte sich wenig um die staatsangelegenheiten der griechen bekümmerte als welche er in den händen seiner freunde und schüler ganz wohl versorgt glaubte da nun agathon die vorsicht gebraucht hatte ihm alles zu verbergen was einigen verdacht hätte erwecken können als ob er jemals etwas mehr als ein aufwärter in dem tempel zu delphi gewesen sei so konnte ihn hippias um so mehr für einen gänzlichen neuling in der welt ansehen als weder die denkungsart noch das betragen dieses jungen mannes so beschaffen war daß ein kenner auf günstigere gedanken hätte gebracht werden sollen leute von seiner art können in der tat zehn jahre hintereinander in der großen welt gelebt haben ohne daß sie dieses fremde und entlehnte ansehen verlieren welches beim ersten blicke verkündiget daß sie hier nicht einheimisch sind geschweige daß sie fähig wären sich jemals zu dieser edeln freiheit von den fesseln der gesunden vernunft zu dieser weisen gleichgültigkeit gegen alles was schöne seelen gefühl nennen und zu dieser verzehrten feinheit des geschmacks zu erheben wodurch die hippiasse sich auf eine so vorteilhafte art unterscheiden sie können freilich auch beobachtungen machen allein da ihnen natürlicherweise der sympathetische instinkt mangelt mittelst dessen jene einander so schnell und zuverlässig ausfindig machen da sie von allem auf eine andere art gerührt werden und sich mit aller möglichen anstrengung der einbildungskraft doch niemals recht an die stelle eines egoisten setzen können so sind sie in einer welt deren ansehnlichster teil aus menschen dieses schlages besteht immer in einem unbekannten lande wo ihre erkenntnis bloß bei mutmaßungen stehen bleibt und ihre erwartung alle augenblicke durch unbegreifliche zufälle und unverhoffte erscheinungen betrogen wird mit allen seinen vorzügen war agathon gleichwohl ein mitglied dieser letzter klasse und es ist also kein wunder dass er ungeachtet der tiefen betrachtungen die er über seine unterredung mit seinem gebieter anstellte sehr weit entfernt war die gedanken zu erraten womit der sophist jetzt umging dessen eitelkeit durch den schlechten fortgang seines vorhabens und den eigensinn dieses seltsamen jünglings weit mehr beleidiget war als er sich hatte ansehen lassen agathon wenn er das wirklich wäre was er zu sein schien wäre dachte hippias nicht ohne grund eine lebendige widerlegung seines systems wie sagte er zu sich selbst ich habe mehr als vierzig jahre in der welt gelebt und unter einer unendlichen menge von menschen von allen ständen und klassen nicht einen einzigen angetroffen der meine begriffe von der menschlichen natur nicht bestätigt hätte und dieser junge mensch sollte mich noch an die tugend glauben lehren es kann nicht sein er ist ein fantast oder ein heuchler was er auch sein mag ich will es ausfindig machen gut ein glücklicher einfall ich will ihn auf eine probe stellen wo er unterliegen muß wenn er ein schwärmer oder wo er die maske ablegen wird wenn er ein komödiant ist er hat gegen cyanen ausgehalten dies hat ihn stolz und sicher gemacht aber es beweist noch nichts wir wollen ihn auf eine stärkere probe setzen wenn er auch in dieser den sieg erhält so muß er nun ja dann will ich beim herkules meine nymphen entlassen mein haus den priestern der cybele vermachen und an den ganges ziehen um in der höhle eines alten palmbaumes mit geschlossenen augen und den kopf zwischen den knien so lange sitzen zu bleiben bis ich allen meinen sinnen zu trotz mir einbilde dass ich nicht mehr bin dies war ein hartes gelübde auch hielt sich hippias sehr überzeugt dass es so weit nicht kommen würde und damit er keine zeit versäumen möchte machte er noch an dem selbigen tag anstalt seinen anschlag auszuführen drittes kapitel hippias stattet einen besuch bei einer dame ab die eine große rolle in dieser geschichte spielen wird die damen zu smyrna hatten damals eine gewohnheit welche ihrer schönheit mehr ehre machte als ihrer sittsamkeit sie pflegten sich in den warmen monaten gemeiniglich alle nachmittage eines kühlenden bades zu bedienen und um keine lange weile zu haben nahmen sie um diese zeit die besuche derjenigen mannspersonen an die das recht eines freien zutritts in ihren häusern hatten diese gewohnheit war in smyrna ebenso unanstößig als es der gebrauch bei unsern westlichen nachbarinnen ist mannspersonen bei der toilette um sich zu haben auch kam diese freiheit nur den freunden zu statten und den besondern fall ausgenommen wenn die hartnäckige blödigkeit eines noch unerfahrenen neulings einiger aufmunterung nötig hatte waren die liebhaber gänzlich davon ausgeschlossen unter einer ziemlichen anzahl von schönen bei denen der weise hippias dieses vorrecht genoss war auch eine welche unter dem namen danae den ersten rang in derjenigen klasse von frauenzimmern einnahm die man bei den griechen gesellschafterinnen zu nennen pflegte diese waren damals unter ihrem geschlechte was die sophisten unter dem männlichen sie standen auch in keiner geringern achtung und konnten sich rühmen dass die vollkommensten modelle aller vorzüge ihres geschlechts wenn man die strenge tugend ausnimmt die targelien die aspasien die leontion sich kein bedenken machten von ihrem orden zu sein was unsre danae betrifft so machten die mannspersonen zu smyrna kein geheimnis daraus daß sie an schönheit und artigkeit alle andern frauenzimmer galante und spröde tugendhafte und andächtige übertreffe es ist wahr die geschichte meldet nicht daß die damen sich sehr beeifert hätten das urteil der mannspersonen durch einen öffentlichen beitritt zu bestätigen allein so viel ist gewiss daß keine unter ihnen war die sich selbst nicht gestanden hätte daß eine einzige person ausgenommen welche man niemals öffentlich nennen wollte die schöne danae alle übrigen ebenso weit übertreffe als sie von dieser einzigen ungenannten übertroffen werde in der tat war ihr ruhm von dieser seite so festgesetzt daß man das gerüchte nicht unwahrscheinlich fand welches versicherte sie habe in ihrer ersten jugend den berühmtesten malern zum modell gedient und bei einer solchen gelegenheit den namen erhalten unter welchem sie in jonien berühmt war jetzt hatte sie zwar das dreißigste jahr schon zurückgelegt allein ihre schönheit schien dadurch mehr gewonnen als verloren zu haben denn der blendende jugendglanz der mit dem mai des lebens zu verschwinden pflegt wurde durch tausend andre reizungen ersetzt welche ihr nach dem urteile der kenner eine anziehungskraft gaben die man ohne sich eines schwülstigen ausdrucks schuldig zu machen in gewissen umständen für unwiderstehlich halten konnte dem ungeachtet scheute sich unter der ägide der gleichgültigkeit worin ihn damals ordentlicher weise auch die schönsten figuren zu lassen pflegten der weise hippias nicht seine tugend öfters dieser gefahr auszusetzen er war der schönen danae unter dem titel eines freundes vorzüglich angenehm die geheime geschichte sagt sogar daß sie ihn ehmals nicht unwürdig gefunden habe ihm eine noch interessantere stelle bei ihrer person anzuvertrauen eine stelle die nur von den liebenswürdigsten seines geschlechts bekleidet zu werden pflegte diese dame war es deren beihülfe hippias sich zur ausführung seines anschlags wider unsern helden bedienen wollte dessen schwärmerische tugend seinen gedanken nach eine beschimpfung seiner grundsätze war die er viel weniger leiden konnte als die allerscharfsinnigste widerlegung in forma er begab sich also zu der gewöhnlichen stunde zu ihr und war kaum in den saal getreten wo sie in den bedürfnissen des bades von zwei jungen knaben welche ein paar liebesgötter zu sein schienen bedient wurde als sie schon in seinem gesichte etwas bemerkte das mit seiner gewöhnlichen heiterkeit einen abstich machte was hast du hippias sagte sie zu ihm daß du eine so tiefsinnige miene mitbringst ich weiß nicht antwortete er warum ich tiefsinnig aussehen sollte wenn ich eine dame im bade besuche aber dies weiß ich dass ich dich noch nie so schön gesehen habe als diesen augenblick gut sagte sie dies bekräftiget meine bemerkung ich bin gewiß daß ich heute nicht besser aussehe als das letzte mal da du mich sahest aber deine fantasie ist höher gestimmt als gewöhnlich und du schreibst den einfluß den sie auf deine augen hat großmütig auf die rechnung des gegenstandes den du vor dir siehst ich wollte wetten die häßlichste meiner kammermädchen würde dir in diesem augenblick eine grazie scheinen ich habe versetzte hippias keine ansprüche an eine lebhaftere einbildungskraft zu machen als zeuxis und polygnotus die sich nichts vollkommneres zu erfinden getrauten als danae welche schöne gelegenheit zu einer neuen verwandlung wenn ich jupiter wäre und was für eine gestalt wolltest du annehmen um zu gleicher zeit meine sprödigkeit und die wachsamkeit deiner juno zu hintergehen denn unter allen geflügelten vierfüßigen und kriechenden tieren ist wohl keines das nicht bereits einem unsterblichen hätte dienen müssen irgendein ehrliches mädchen zu beschleichen ich würde mich nicht lange besinnen was für eine gestalt könnte ich annehmen die dir angenehmer und mir zu meiner absicht bequemer wäre als dieses sperrlings der deine liebhaber so oft zu gerechter eifersucht reizt der durch die zärtlichsten namen aufgemuntert mit solcher freiheit um deinen nacken flattert mit mutwilligem schnabel den schönsten busen neckt und die liebkosungen alle zeit doppelt wieder empfängt die er dir gemacht hat es ist dir leichter wie es scheint versetzte danae einen sperling an deine stelle als dich an die stelle eines sperlings zu setzen bald könntest du mir die schmeicheleien meines kleinen lieblings verdächtig machen aber genug von den wundern die du meiner schönheit zutraust lass uns von was anderm reden weißt du daß ich meinem liebhaber den abschied gegeben habe dem schönen hyacinthus ihm selbst und was noch mehr ist mit dem festen entschluß seine stelle nimmer zu ersetzen eine tragische entschließung schöne danae nicht so sehr als du denkest ich versichere dich hippias meine geduld reicht nicht mehr zu alle torheiten dieser abgeschmackten gecken auszustehen welche die sprache der empfindung reden wollen und nichts fühlen deren herz nicht so viel als eine nadelritze beträgt verwundet ist ob sie gleich von martern und flammen reden die unfähig sind etwas anders zu lieben als sich selbst und meine augen nur als einen spiegel gebrauchen worin sie die wichtigkeit ihrer kleinen unverschämten figur bewundern kaum vermeinen sie ein recht an unsre gütigkeit zu haben so glauben sie uns noch viel ehre zu erweisen wenn sie unsre liebkosungen mit einer zerstreuten miene dulden jeder blick den sie auf uns werfen sagt uns dass wir ihnen nur zum spielzeuge dienen und die hälfte unserer reizungen geht an ihnen verloren weil sie keine seele haben um die schönheiten einer seele zu empfinden dein unwille ist gerecht versetzte der sophist es ist verdrießlich dass man diesen mannsleuten nicht begreiflich machen kann dass die seele das liebenswürdigste an einer schönen ist aber beruhige dich nicht alle männer denken so unedel ich kenne einen der dir gefallen würde wenn du zur abwechslung einmal lust hättest es mit einem geistigen liebhaber zu versuchen und wer kann das sein wenn man fragen darf es ist ein jüngling der dazu gemacht scheint deine hyacinthen zu demütigen schöner als adonis vieh hippias das ist als ob du sagtest süßer als honigseim du begreifst nicht wie sehr mir vor diesen schönen herren ekelt o dies hat nichts zu bedeuten ich stehe dir für diesen er hat keinen von den fehlern der narzissen die dir so ärgerlich sind kaum scheint er es zu wissen daß er einen leib hat es ist ein mensch wie man nicht viele sieht schön wie ein apollo aber geistig wie ein cephyr ein mensch der lauter seele ist der dich selbst wie du hier bist für eine bloße seele ansehen würde und alles auf eine geistige art tut was wir andern körperlich tun du verstehst mich doch schöne danae nicht allzu wohl aber deine beschreibung gefällt mir nichts desto weniger sprichst du im ernste im ganzen ernste wenn du lust haben solltest die metaphysische liebe zu kosten so habe ich deinen mann gefunden er ist platonischer als plato selbst und ich denke doch du könntest uns geheime nachrichten von diesem berühmten weisen geben ich erinnere mich antwortete danae lächelnd daß er einmal mit einer meiner freundinnen eine kleine zerstreuung gehabt hat die du ihm nicht übel nehmen musst wo ist ein geist dem ein artiges mädchen von achtzehn jahren nicht einen körper geben könnte das sagst du bloß weil du meinen mann noch nicht kennst die göttin von paphos ja du selbst würdest es bei ihm so weit nicht bringen du kannst ihn tag und nacht um dich haben du kannst ihn auf alle proben stellen du kannst ihn bei dir schlafen lassen danae ohne dass er dir gelegenheit geben wird nur die mindeste kleine ausrufung anzubringen kurz bei ihm kann deine tugend ganz ruhig einschlummern ohne jemals in gefahr zu kommen aufgeweckt zu werden ach nun verstehe ich dich es verlohnte sich auch wohl der mühe den scherz so weit zu treiben ich verlange keinen liebhaber der sich nur darum an meine seele hält weil ihm das übrige zu nichts nütze ist auch ist derjenige den ich dir anpreise weit entfernt in diese klasse zu gehören mache dir darüber keinen kummer was du für die folgen einer physischen ursache hältst ist bei ihm die wirkung der tugend der erhabnen philosophie von der er profession macht den mann möcht ich wohl sehen aber weißt du auch hippias daß meine eitelkeit nicht zufrieden wäre auf eine so kaltsinnige art geliebt zu werden es ist wahr ich bin dieser mechanischen liebhaber von herzen überdrüssig aber ich würde doch auch nicht ganz mit einem andern zufrieden sein der gegen dasjenige gänzlich ohne empfindung wäre wofür jene allein empfindlich sind ein frauenzimmer findet allezeit ein vergnügen darin begierten einzuflößen auch wenn sie nicht gesonnen ist sich zu vergnügen die spröden selbst sind von dieser schwachheit nicht ausgenommen wozu brauchen wir von einem liebhaber zu hören dass wir reizend sind wir wollen es aus den wirkungen sehen die wir auf ihn machen je weiser er ist desto schmeichelnder ist es für unsere eitelkeit wenn wir ihn aus seiner fassung setzen können nein du begreifst nicht wie sehr das vergnügen alle die torheiten zu sehen wozu wir diese herren der schöpfung bringen können alles andere übertrifft dass sie uns zu geben fähig sind ein philosoph der zu meinen füßen wie eine turteltaube girret der mir zu gefallen seine haare und seinen bart käuseln lässt der alle wohlgerüche von arabien und indien um sich duftet und um sich bei mir einzuschmeicheln meinem schoßhund liebkoset und oden auf meinen sperling macht ach hippias man muß ein frauenzimmer sein um zu begreifen was dies für ein vergnügen ist so bedaure ich dich daß du diesem vergnügen bei dem virtuosen von dem ich spreche entsagen mußt er hat seine proben schon gemacht er ist zärtlich wie ein knabe von sechzehn jahren aber wie gesagt nur für die seelen der schönen alles übrige macht keinen größern eindruck auf ihn als auf eine bildsäule das wollen wir sehen hippias ich verlange schlechterdings daß du ihn diesen abend zu mir bringest du wirst nur eine kleine gesellschaft finden die uns nicht stören soll aber wer ist denn dieser ungenannte von dem wir schon so lange schwatzen es ist ein sklave den ich vor etlichen wochen von einem cilicia gekauft habe aber ein sklave wie man sonst nirgends sieht zu delphi im tempel des apollo erzogen vermutlich hat er sein dasein der antiplatonischen liebe dieses gottes oder eines von seinen vertretern zu irgend einer hübschen schäferin zu danken die sich zu tief in seinen lorbeerhain wagte er ist in der folge nach athen gekommen und die schönen reden des plato haben die romanhafte erziehung vollendet die er in den geheiligten hainen von delphi erhielt er geriet durch einen zufall in die hände zilicischer seeräuber und aus diesen in die meinigen er nannte sich pytokles aber weil ich diese art von namen nicht leiden kann so hieß ich ihn und er verdient so zu heißen denn er ist der schönste mensch den ich jemals gesehen habe seine übrigen gaben bestätigen die gute meinung die sein anblick von ihm erweckt er hat witz geschmack kenntnisse er ist ein liebhaber und selbst ein günstling der musen aber mit allen diesen vorzügen scheint er doch nichts weiter als ein wunderlicher kopf ein schwärmer und ein unbrauchbarer mensch zu sein er nennt seinen eigensinn tugend weil er sich einbildet die tugend müsse die gegenfüßlerin der natur sein er hält die ausschweifungen seiner fantasie für vernunft weil er sie in einen gewissen zusammenhang gebracht hat und sich selbst für weise weil er auf eine methodische art raset er gefiel mir beim ersten anblick ich faßte den entschluß etwas aus dem jungen menschen zu machen aber alle meine mühe war umsonst wenn es möglich ist dass er durch jemand zurecht gebracht werde so muß es durch ein frauenzimmer geschehen denn ich glaube bemerkt zu haben dass man nur durch sein herz in seinen kopf kommen kann die unternehmung wäre deiner würdig schöne danae wenn sie dir nicht gelingt so ist er unverbesserlich und verdient daß man ihn seiner torheit und seinem schicksal überlasse du hast meinen ganzen ehrgeiz rege gemacht hippias versetzte die schöne danae bring ihn diesen abend mit ich will ihn sehen und wenn er nicht aus andern elementen zusammengesetzt ist als die übrigen erdensöhne so wollen wir eine probe machen ob danae ihrer lehrmeisterin würdig ist hippias war sehr erfreut den zweck seines besuchs so glücklich erreicht zu haben und versprach beim abschied zur bestimmten zeit diesen wunderbaren jüngling aufzuführen an welchem die schöne danae so begierig war die macht ihrer reizungen zu versuchen viertes buch viertes kapitel fünftes kapitel von geschichte des agathon teil eins diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz geschichte des agathon teil eins von christoph martin wieland viertes buch viertes kapitel fünftes kapitel viertes kapitel einige nachrichten von der schönen danae die schöne mit welcher wir die leser im vorigen kapitel bekannt gemacht haben hat sie vermutlich ebenso geneigt gemacht eine nähere nachricht von dem charakter und der geschichte derselben zu erwarten als wir es sind ihrem verlangen ein genüge zu tun gleichwohl ist dasjenige was man damals zu smyrna von ihr wußte oder doch öffentlich von ihr sagte alles was wir dem leser vor der hand mitteilen können bis sich vielleicht in der folge gelegenheit zeigt genauere und getreuere nachrichten aus ihrem eigenen munde zu erhalten die allgemeine meinung zu smyrna war daß sie eine tochter der berühmten aspasia von milet sei diese aspasia hatte schon in ihrer vaterstadt die kunst der galanterie oder der weiblichen sofistik wie man sie auch nennen könnte durch die verbindung derselben mit den künsten der musen zu einem so hohen grade der vollkommenheit erhoben daß sie mit recht als die wahre erfinderin derselben anzusehen ist milet schien ihr endlich ein zu kleiner schauplatz sie zog nach athen und bediente sich daselbst ihrer seltenen vorzüge auf eine so kluge art daß sie zuletzt die unumschränkte beherrscherin des großen perikles der in gewissem sinne das ganze griechenland beherrschte oder wie die komischen dichter seiner zeit sich ausdrückten die juno dieses athenischen jupiters wurde unstreitig konnte man der schönen danae keine abkunft geben welcher einer person von ihrer klasse mehr ehre gemacht hätte allein die vermutungen worauf sich diese meinung gründete sind nicht hinlänglich ihr eignes geständnis zu überwiegen vermöge dessen sie aus der insel schios gebürtig und nach dem tod ihrer eltern in ihrem vierzehnten jahre mit einem bruder nach athen gekommen war um in dieser stadt worin alle angenehmen talente aufmunterung fanden die ihrigen gelten zu machen die kunst welche sie hier trieb war eine art von pantomimischen tänzen wozu gemeiniglich nur eine oder zwei personen erfordert wurden und worin die tanzende person nach der modulation einer flöte oder leier gewisse stücke aus der götter und heldengeschichte der griechen durch gebärden und bewegungen vorstellte allein da diese kunst wegen der menge derer die sie trieben nicht zureichte sie anständig zu unterhalten so sah sich die junge schöne genötigt den künstlern zu athen die dienste eines modells zu tun außer dem nutzen den sie davon zog erhielt sie dadurch die schmeichelhafte ehre bald als danae oder leda die bewunderung der kenner bald als diane oder venus die anbetung des pöbels zu erhalten bei einer solchen gelegenheit begab es sich daß sie von dem jungen alcibiades überraschet und in der stellung der danae allzu reizend befunden wurde als daß einem geringern wie alcibiades auch nur der anblick so vieler schönheiten erlaubt sein sollte wie leicht zu erachten ist hatte dieser liebenswürdige verführer dem seine gestalt seine manieren sein stand und sein reichtum das wort redeten wenig mühe ein mädchen dieser gattung zu überreden sich in seinen schutz zu begeben er brachte sie in das haus der aspasier welches zu gleicher zeit eine akademie der schönsten geister von athen und eine art von frauenzimmerschule war worin junge mädchen von den vorzüglichsten gaben unter aufsicht einer so vollkommenen meisterin eine erziehung erhielten welche sie zu der bestimmung geschickt machen sollte die großen und die weisen der republik in ihren ruhestunden zu ergötzen machte sich diese gelegenheit so wohl zu nutze daß sie die gunst und endlich selbst die vertraulichkeit der aspasier erhielt welche weit über die niederträchtigkeit gemeiner seelen erhaben sich mit so vielem vergnügen in dieser jungen person wieder hervorgebracht sah daß sie dadurch zu der vermutung anlaß gab deren wir bereits erwähnung getan haben inzwischen genoß alcibiades allein der früchte einer erziehung wodurch die natürlichen gaben seiner jungen freundin zu einer vollkommenheit entwickelt wurden die ihr den namen der zweiten aspasier erwarb und die schöne danae legte sich selbst die pflicht auf eine treue gegen ihn zu beobachten welche er nicht zu erwiedern nötig fand da die liebe zur veränderung eine stärkere leidenschaft bei ihm war als die liebe die ihm irgend eine sterbliche einflößen konnte so mußte auch danae nachdem sie sich eine geraume zeit in dem ersten platze bei ihm erhalten hatte einer andern weichen die keinen vorzug vor ihr hatte als daß sie ihm neu war so schwach danae von einer gewissen seite sein mochte so edel war ihr herz in andern stücken sie liebte den alcibiades weil sie von seiner person und von seinen eigenschaften bezaubert war und dachte wenig daran von seinen reichtümern vorteil zu ziehen sie würde also nichts von ihm übrig behalten haben als das andenken von dem liebenswürdigsten mann ihrer zeit geliebt worden zu sein wenn er nicht ebenso stolz und freigebig als sie wieder die gewohnheit ihrer gespielen uneigennützig war gewesen wäre und ihr eine summe aufgedrungen hätte welche mehr als hinlänglich war sie wie er sagte vor der erniedrigung zu sichern dem reichsten überlassen zu müssen was nur dem liebenswürdigsten gehörte nach aspasiens tode fand sie gelegenheit dem jüngern cyrus bekannt zu werden dessen glänzende eigenschaften durch die feder xenophons ebenso bekannt geworden sind als der unglückliche ausgang der unternehmung wodurch er seinen bruder von dem throne des großen cyrus zu verdrängen hoffte ihr erster anblick unterwarf ihr das herz eines prinzen der desto empfindlicher gegen diejenige art von reizungen war wodurch sich die schülerinnen der aspasia unterschieden je seltener sie unter den lebenden statuen anzutreffen sind welche in persien dem vergnügen der großen gewidmet werden und in der tat zu dem einzigen gebrauche den ihre gebieter von ihnen zu machen wissen wenig seele nötig haben danae begleitete diesen prinzen auf seinem feldzuge gegen den großen könig und nach dem unglücklichen ausgange desselben erwählte sie smyrna zu ihrem beständigen aufenthalte durch die großmütige freigebigkeit des cyrus der sich hierin von keinem bürger von athen übertreffen lassen wollte in den stand gesetzt ihre einzige sorge sein zu lassen wie sie auf die angenehmste art leben wollte sie bediente sich dieses glücks wie es der name der zweiten aspasia erforderte ihre wohnung schien ein tempel der musen und grazien zu sein und wenn amor von einer so reizenden gesellschaft nicht ausgeschlossen blieb so war es jener amor den die musen beim anakreon mit blumenkränzen binden und der sich in dieser gefangenschaft so wohl gefällt daß venus ihn vergeblich bereden will sich in seine vorige freiheit setzen zu lassen die spiele die scherze und die freuden wenn es uns erlaubt ist die sprache homers zu gebrauchen wo die gewöhnliche zu matt scheint schlossen mit den lächelnden stunden einen unauflöslichen reihentanz um sie her und schwermut überdruß und langeweile waren mit allen andern feinden der ruhe und des vergnügens gänzlich aus diesem wohnsitze der freude verbannt wir haben deucht uns schon mehr als genug gesagt um unsere leser in keine mittelmäßige sorge für die tugend unsers helden zu setzen in der tat hatte er sich noch niemals in umständen befunden die uns weniger hoffen lassen daß sie sich werde erhalten können die gefahr worin sie bei der üppigen pythia unter den rasenden bacchantinnen und in dem hause des weisen hippias welches dem stalle der cirze so ähnlich sah geschwebt hatte kommt in gar keine betrachtung gegen diejenige die ihr bevorsteht und deren wir ihn gern überhoben hätten wenn die pflichten des geschichtschreibers erlaubten einer freundschaftlichen parteilichkeit zum nachteile der wahrheit gehör zu geben wie gefährlich eine verschönernde einbildungskraft ist wenn eine lebhafte einbildungskraft ihrem besitzer eine unendliche menge von vergnügungen gewährt die den übrigen sterblichen versagt sind wenn ihr zauberischer einfluß alles schöne in seinen augen verschönert und ihn da in entzückung setzt wo andere kaum empfinden wenn sie in glücklichen stunden ihm diese welt zu einem paradiese macht und in traurigen seine seele von der szene seines kummers hinwegzieht und in bessre welten versetzt welche durch die vergrößernden schatten einer vollkommnen wonne seinen schmerz bezaubern so müssen wir auf der andern seite gestehen daß sie nicht weniger eine quelle von irrtümern aus schweifungen und qualen für ihn ist wofern er selbst mit hülfe der weisheit und der feurigsten liebe zur tugend sich nicht eher los machen kann bis er auf welche art es nun sein mag dazu gekommen ist die allzu große lebhaftigkeit derselben zu mäßigen der weise hippias hatte unserm helden sehr wenig unrecht getan als er ihm eine einbildungskraft von dieser art zuschrieb und die schlaue danae machte sich aus der beschreibung des hippias eine sehr richtige vorstellung von ihm da sie alles gewonnen zu haben glaubte wenn sie nur seine einbildungskraft auf ihre seite gebracht haben würde hippias dachte sie hatte nur darin gefehlt daß er ihn durch die sinne verführen wollte auf diese voraussetzung gründete sie einen plan zu dessen erfolg sie sich selbst zum voraus glück wünschte und dachte ebenso wenig daran daß die ausführung sie ihr eignes herz kosten könnte als agathon sich von der gefahr träumen ließ die dem seinigen zubereitet wurde die stunde welche sie dem sofisten anberaumt hatte war nun gekommen und agathon begleitete seinen herrn ohne zu wissen wohin sie traten in einen palast der auf einer doppelten reihe von ionischen säulen ruhte und mit vielen vergoldeten bildsäulen ausgeziert war das inwendige stimmte vollkommen mit der pracht des äußerlichen anblicks überein allenthalben begegnete ihnen das geschäftige gewimmel von unzähligen sklaven und sklavinnen wovon die erstern alle unter dem vierzehnten jahre und sowie die letztern von außerordentlicher schönheit waren ihre kleidung stellte dem aug eine angenehme verbindung der einförmigkeit mit der abwechslung dar einige waren weiß andre himmelblau andre rosenfarb andre grün gekleidet und jede farbe schien eine besondere klasse zu bezeichnen welcher ihre eigenen dienste angewiesen waren agathon auf den alles schöne lebhaftere eindrücke zu machen pflegte als vonnöten war um nach dem maßstabe der moralisten genug zu sein wurde durch alles was er sah so sehr bezaubert daß er sich in eine von seinen idealischen welten versetzt glaubte er hatte noch nicht zeit gehabt wieder zu sich selbst zu kommen als ihn hippias in einen großen hell erleuchteten saal führte worin die gesellschaft versammelt war welche sie vermehren sollten kaum hatte er einen blick auf sie geworfen als die schöne danae ihm mit einer ihr eigenen anmut entgegenkam ihm zu sagen daß ein freund des hippias das recht habe sich in ihrem hause und in dieser gesellschaft als einheimisch anzusehen ein so verbindlicher willkommen verdiente wohl eine antwort in gleichem tone allein agathon war in diesem augenblick außer stande höflich zu sein ein blick womit man den äußersten grad des angenehmsten erstaunens malen müßte war alles was er auf diese anrede zu erwiedern wußte die gesellschaft war aus lauter solchen personen zusammengesetzt welche die vorrechte des vertrautesten umgangs in diesem hause genossen und die attische urbanität die von der steifen und zeremonienreichen höflichkeit der heutigen europäer merklich abstach in ebenso hohem grade als danae selbst besaßen in einer gesellschaft nach der heutigen art würde agathon in den ersten augenblicken da er sich darstellte zu einer menge kleiner boshafter anmerkungen stoff gegeben haben in dieser war ein flüchtiger blick alles was er auszuhalten hatte die unterredung wurde fortgesetzt niemand zischelte dem andern ins ohr oder schien das erstaunen zu bemerken mit welchem seine augen die schöne danae zu verschlingen schienen kurz man ließ ihm alle zeit die er brauchte um wieder zu sich selbst zu kommen wofern sich anders dieser ausdruck für die verfassung schickt worin er sich diesen ganzen abend durch befand vielleicht erwartet man daß wir eine nähere erläuterung über diesen außerordentlichen eindruck geben sollen welchen danae auf unsern allzu reizbaren helden machte allein wir sehen uns noch außer stande die neugierde des lesers über einen punkt zu befriedigen wovon agathon selbst nicht fähig gewesen wäre rechenschaft zu geben alles was wir davon sagen können ist daß diese dame dem anschein nach niemals weniger erwarten konnte eine solche wirkung zu machen so wenig mühe hatte sie sich gegeben ihre reizungen durch einen schimmernden putz zu erhöhen oder durch andere kunstgriffe in ein blendendes licht zu setzen ein weißes kleid mit kleinen streifen von purpur und eine halb eröffnete rose in ihrem schwarzen haar machte ihren ganzen staat aus und von der durchsichtigkeit wodurch die kleidung der cyane den augen unsers helden anstößig gewesen war die ihrige so weit entfernt daß man mit besserm recht aussetzen konnte sie verhülle zu viel es ist wahr sie hatte sorge getragen daß ein sehr artiger kleiner fuß dem auge nicht immer entzogen würde allein dieser kleine fuß und eine schneeweiße rosenfingerige hand mit dem anfang eines vollkommen schönen armes war alles was das neidische gewand vor witzigen blicken nicht versagte was es also auch sein mochte was in seinem herzen vorging so ist doch dies gewiß daß an der person und dem betragen der schönen danae nicht das mindeste zu entdecken war daß einige besondere absicht auf unsern helden hätte anzeigen können und daß sie es sei nun aus unachtsamkeit oder bescheidenheit nicht einmal zu bemerken schien daß agathon für sie allein augen und über ihrem anschauen den gebrauch aller andern sinnen verloren hatte viertes buch fünftes kapitel viertes buch sechstes kapitel von geschichte des agathon teil 1 diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz geschichte des agathon teil 1 von christoph martin wieland viertes buch sechstes kapitel pantomimen nach endigung der mahlzeit bei welcher agathon beinah einen bloßen zuschauer abgegeben hatte trat ein tänzer und eine junge tänzerin herein um nach der modulation zweier flöten die geschichte des apollo und der daphne zu tanzen die geschicklichkeit der tanzenden befriedigte alle zuschauer alles an ihnen war seele und ausdruck und man glaubte sie immer zu hören ob man sie gleich nur sah wie gefällt dir die tänzerin callias fragte danae den agathon welcher nur mittelmäßig aufmerksam auf dieses spiel zu sein schien und der einzige war der nicht beobachtete daß die tänzerin von ungemeiner schönheit und ebenso wie neulich cyane kaum mit etwas mehr als gewebter luft umhüllt war mich deucht versetzte agathon der itzt erst anfing diese daphne aufmerksamer anzusehen mich deucht daß sie vielleicht aus allzu großer begierde zu gefallen den charakter verlässt den sie vorstellen soll warum sieht sie sich im fliehen um und mit einem blicke der es ihrem verfolger zu verweisen scheint daß er nicht schneller ist als sie gut sehr gut fuhr er fort als die stelle kam wo daphne den flußgott um hilfe anruft unverbesserlich mit welcher wahrheit sie ihre verwandlung ausdrückt wie sie erbleicht wie sie schauert ihre füße wurzeln mitten in einer schreckhaften bewegung ein umsonst will sie ihre ausgebreiteten arme zurückziehen aber warum dieser zärtlich bange blick auf ihren liebhaber warum die träne die in ihrem auge zu erstarren scheint ein allgemeines lächeln beantwortete die frage agathos du tadelst gerade sagte einer von den gästen was wir am meisten bewundern eine gewöhnliche tänzerin würde nicht fähig gewesen sein deinen tadel zu verdienen es ist unmöglich mehr geist mehr feinheit und einen schönern kontrast in diese rolle zu bringen als die kleine psyche getan hat daphne selbst war nicht bestürzter gewesen da sie sich verwandelt fühlte als agathon in dem augenblick da er den namen psyche hörte er stockte mitten in einem worte das er sagen wollte er errötete und seine verwirrung war so merklich daß danae welche sie der beschämung seines tadels zuschrieb für nötig hielt ihm zu hülfe zu kommen der tadel des callias sagte sie beweist daß er den geist womit psyche ihre rolle gespielt so gut empfunden hat als phädrias aber vielleicht ist er darum nicht minder gegründet psyche sollte die person der daphne gespielt haben und hat ihre eigene gespielt ist es nicht so psyche du dachtest wie würde mir an daphnes stelle gewesen sein und wie hätt ich's anders machen können meine gebieterin fragte die kleine tänzerin du hättest den charakter annehmen sollen den ihr die dichter geben und hast dich begnügt dich selbst in ihre umstände zu setzen was für ein charakter ist denn dies erwiderte psyche einer spröden sagte der weise hippias der lieblingscharakter des callias abermalige gelegenheit zum erröten für den guten agathon du hast es nicht erraten versetzte dieser der charakter den daphne nach meiner idee haben soll ist gleichgültigkeit und unschuld sie kann beides haben ohne eine spröde zu sein psyche verdient also desto mehr lob erwiderte für den sie noch etwas mehr als eine tänzerin war weil sie den charakter verschönert hat den sie vorstellen sollte der streit zwischen liebe und ehre erfordert mehr genie um nachgeahmt zu werden und ist für den zuschauer rührender als die gleichgültigkeit die ihr callias geben will und zudem wo ist die junge nymphe die gegen die liebe eines so schönen gottes wie apollo ist gleichgültig sein könnte ich bin deiner meinung sagte hippias daphne flieht vor dem apollo weil sie ein junges mädchen ist und weil sie ein junges mädchen ist so wünscht sie heimlich daß er sie erhaschen möge warum sieht sie sich so oft um als um ihm zu verweisen daß er nicht schneller sei wie er ihr so nahe war daß sie nicht mehr entfliehen konnte so flehte sie sagt die fabel dem fluß gotte daß er sie verwandeln sollte sie brauchte ja nur sich in den fluß zu stürzen wenn es ihr ernst war sie tat was eine nymphe tun soll da sie den fluß gott anrief aber wer konnte auch fürchten so schnell erhört zu werden und in welchem augenblick konnte sie es weniger wünschen als in eben diesem da sie sich von den begierigen armen ihres liebhabers schon umschlungen fühlte hatte sie sich denn aus einem andern grund außer atem gelaufen als damit er sie desto gewisser erhaschen möchte was ist also natürlicher als der unwille der schmerz und die traurigkeit womit sie sein betragen erwidert da sie die arme womit sie ihn zurückstoßen will zu lorbeerzweigen erstarret fühlt selbst der zärtliche blick ist natürlich die verstellung hört auf wenn man in einen lorbeerbaum verwandelt wird war nicht dies das ganze spiel der psyche und kann etwas natürlicher sein es ist der charakter eines jungen mädchens eines von denen jungen mädchen versteht sich mein lieber callias wie man sie in dieser materiellen welt findet ich ergebe mich versetzte agathon die tänzerin hat alles getan was man von ihr fordern konnte und ich war lächerlich zu erwarten daß sie die idee ausführen sollte die ich von einer daphne in meiner phantasie habe agathon hatte dieses kaum gesprochen als danae ohne ein wort zu sagen aufstand der der tänzerin einen wink gab und mit ihr verschwand in einer kleinen weile kam die tänzerin allein wieder zurück die flöten fingen wieder an und apollo und daphne wiederholten ihre pantomime aber wie erstaunte agathon als er sah daß es danae selbst war die in der kleidung der tänzerin die person der daphne spielte armer agathon allzu reizende danae wer hätte sich eines solchen streiches versehen sollen ihr ganzes spiel drückte die eigenste idee agathons aus aber mit einer anmut mit einer zauberei wovon ihm seine fantasie keine idee gegeben hatte die empfindungen von denen seine seele in diesen augenblicken überfallen wurde waren so lebhaft daß er sich bemühte seine augen von diesem zu sehr bezaubernden gegenstand abzuziehen aber vergebens eine unwiderstehliche gewalt zog sie zurück wie edel wie schön waren alle ihre bewegungen mit welcher rührenden einfalt drückte sie den ganzen charakter der unschuld aus er sah noch in sprachloser entzückung nach dem orte wo sie zum lorbeerbaum erstarrte als sie schon wieder verschwunden war ohne das lob und händeklatschen der zuschauer zu erwarten welche nicht worte genug finden konnten das vergnügen auszudrücken das ihnen danae durch diese unerwartete probe ihres talentes gemacht hatte in wenigen augenblicken kam sie schon wieder in ihrer eigenen person zurück wie sehr ist callias dir verbunden schöne danae sagte phädrias indem sie hereintrat du allein konntest seinen tadel rechtfertigen nur diejenige konnte es die liebenswürdig genug ist um die sprödigkeit selbst reizend zu machen wie sehr wäre ein apollo zu bedauern für den du daphne wärest es war glücklich für den guten agathon daß er indem dieses mit einem bedeutenden blick gesagt wurde in dem anschauen der schönen danae so verloren war daß er nichts hörte denn sonst würde ein abermaliges erröten die auslegung zu diesem text gemacht haben das lob dieser dame und ein gespräch über die tanzkunst füllte den überrest der zeit aus welche die gesellschaft noch beieinander zubrachte ein gespräch dessen mitteilung uns der leser gerne nachlassen wird da wir seine begierde nach angelegenern materien zu befriedigen haben nur diesen umstand können wir nicht vorbeigehen daß agathon bei diesem anlaß auf einmal so beredet wurde als er vorher tiefsinnig und stillschweigend gewesen war eine lächelnde heiterkeit schimmerte um sein ganzes gesicht und noch niemals hatte sein witz sich mit solcher lebhaftigkeit hervorgetan er erhielt den beifall der ganzen gesellschaft und die schöne danae selbst konnte sich nicht enthalten ihn von zeit zu zeit mit einem ausdruck von vergnügen und zufriedenheit anzusehen indessen in seinen nur selten von ihr abgewandten augen etwas glänzte für welches wir uns umsonst bemüht haben in der sprache der menschen einen namen zu finden viertes buch siebentes kapitel bis neuntes kapitel von geschichte des agathon teil eins diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz viertes buch siebentes kapitel bis neuntes kapitel siebentes kapitel geheime nachrichten wir haben von plutarch und aus eigener erfahrung gelernt daß sehr kleine begebenheiten öfters durch große folgen merkwürdig werden und sehr kleine handlungen nicht selten tiefere blicke in das inwendige der menschen tun lassen als die feierlichen wozu man weil sie dem öffentlichen urteil ausgesetzt sind sich ordentlicher weise in eine gewisse mit sich selbst abgeredete verfassung zu setzen pflegt die gründlichkeit dieser beobachtung hat uns bewogen in der geschichte der pantomime welche das vorige kapitel ausfüllt so umständlich zu sein und wir hoffen uns deshalb vollkommen zu rechtfertigen wenn wir diese erzählung durch dasjenige ergänzen was die liebenswürdige psyche betrifft mit welcher der leser schon im ersten buche wie wohl nur im vorbeigehen bekannt zu werden angefangen hat diese psyche so wie sie war hatte bisher unter allen wesen welche in die sinne fallen wir setzen diese einschränkung nicht ohne ursache hinzu so seltsam sie auch in antiplatonischen ohren klingen mag den ersten platz in agathons herzen eingenommen und er hatte seitdem sie von ihm entfernt war kein frauenzimmer gesehen die nicht durch die bloße erinnerung an psychen alle macht über sein herz und selbst über seine sinne verloren hätte denn die bewegungen der letztern laufen sonst nicht immer mit den erstern so parallel als manche romanenschreiber vorauszusetzen scheinen die wahrheit zu gestehen so war dies nicht die wirkung derjenigen heroischen treue und standhaftigkeit in der liebe welche in besagten romanen zu einer tugend von der ersten klasse gemacht wird psyche erhielt sich im besitz seines herzens weil die bloßen erinnerungen die ihm von ihr übrig waren ihm einen viel höheren genuß gaben als die empfindungen die ihm irgend eine andere schöne einzuflößen vermochte oder weil er bisher keine andere gesehen hatte die so sehr nach seinem herzen gewesen wäre eine erfahrung von etlichen jahren beredete ihn dass es allezeit so sein würde und daher kam vielleicht die bestürzung wovon er befallen wurde als der erste anblick der schönen danae ihm eine vollkommenheit darstellte die seiner einbildung nach allein jenseits des mondes anzutreffen sein sollte er müsste nicht agathon gewesen sein wenn diese erscheinung sich nicht seiner ganzen seele so sehr bemeistert hätte wie wir gesehen haben niemals deuchte ihn hatte er in einem so hohen grad und in einer so seltenen harmonie alle diese feinern schönheiten von welchen gemeine seelen nicht gerührt werden vereiniget gesehen ihre gestalt ihre blicke ihr lächeln ihre gebärden ihr gang alles hatte diese vollkommenheit welche die dichter den göttinnen zuzuschreiben pflegen was wunder also dass er in den ersten stunden nichts als anschauen und bewundern konnte und dass seine entzückte seele noch keine zeit hatte auf dasjenige acht zu geben was in ihr vorging in der tat waren alle ihre übrigen kräfte so gebunden dass er wieder seine gewohnheit in dieser ganzen zeit sich seiner psyche ebenso wenig erinnerte als ob sie nie gewesen wäre allein als die junge tänzerin zum vorschein kam welche die person der daphne spielte so stellte einige ähnlichkeit die sie wirklich in der gesichtsbildung und figur mit psychen hatte ihm auf einmal wiewohl ohne daß er sich dessen deutlich bewußt war das bild seiner abwesenden geliebten vor die augen sogleich setzte seine einbildungskraft durch eine gewöhnliche mechanische wirkung psychen an die stelle dieser daphne und wenn er so vieles an der tänzerin auszusetzen fand so war es im grunde nur darum weil die vergleichung den betrug des ersten anblicks entdeckte oder weil sie nicht wirklich psyche war so gewöhnlich dergleichen spiele der einbildung sind so selten ist es daß man den einfluß deutlich unterscheidet den sie auf unsere urteile oder neigungen zu haben pflegen agathon selbst der sich von seiner ersten jugend an eine beschäftigung daraus gemacht hatte den geheimen triebfedern seiner innerlichen bewegungen nachzuspüren merkte dennoch nicht eher was bei diesem anlass in seiner fantasie vorging bis der name psyche dieser name dessen bloßer ton sonst musik in seinen ohren gewesen war ihn erschütterte und in eine verwirrung von empfindungen setzte die er selbst zu beschreiben mühe gehabt hat wenn wir anders hiervon nach der besonderen dunkelheit die in unserer urkunde über dieser stelle liegt urteilen dürfen was auch die ursache dieser bestürzung gewesen sein mag so ist gewiß daß er weit davon entfernt war nur zu argwohnen der genius seiner ersten liebe stütze vielleicht darüber eine nebenbuhlerin in seinem herzen zu finden welches er von psychen allein ausgefüllt zu sehen gewohnt war sein selbstbetrug wofern es anders einer war scheint desto mehr entschuldigung zu verdienen weil dieser geliebte name wirklich in wenig augenblicken seine ganze zärtlichkeit rege machte er bemerkte nun erst deutlich die ähnlichkeiten welche die beiden psychen miteinander hatten und er verglich sie mit einem vorurteile welches der abwesenden so günstig war dass die gegenwärtige ihr nur zum schatten dienen musste ja wir wissen nicht ob eine so lebhafte erinnerung nicht endlich der schönen danae selbst abbruch getan haben würde wofern diese gleich als ob sie durch eine art von divination erraten hätte was in seiner seele vorging nicht auf den glücklichen einfall gekommen wäre sich an den platz der kleinen tänzerin zu setzen um die vorstellung auszuführen welche sich agathon von einer idealischen dapfne gemacht hatte eine idee deren die geschmeidigkeit ihres geistes sich so schnell und so glücklich zu bemächtigen wußte wie wir gesehen haben einen schlimmern streich konnte sie in der tat der einen und der anderen psyche nicht spielen beide wurden von ihrem blendenden glanze wie benachbarte sterne von dem vollen mond ausgelöscht und wie hätte auch das bild seiner abwesenden geliebten unsern helden noch länger beschäftigen können da alle anschauungskräfte seiner seele auf diesen einzigen bezaubernden gegenstand geheftet ihm kaum zureichend schienen dessen ganze vollkommenheit zu empfinden da er diese sittliche venus mit allen ihren geistigen grazien wirklich vor sich sah zu deren bloßem schattenbild ihn psyche zu erheben vermocht hatte wir wissen nicht ob man eben ein hippias sein müsste um zu glauben daß schönheiten von einer nicht so unkörperlichen wie wohl in ihrer art ebenso vollkommenen natur weit mehr als agathon selbst gewahr wurde zu dieser verzückung in die idealischen welten beitragen haben könnten worin er während des pantomimischen tanzes der danae sich befand die nymphenmäßige kleidung welche dieser tanz erforderte war nur allzu geschickt diese reizungen in ihrer ganzen macht und in dem mannig faltigsten lichte zu entwickeln und wir müssen gestehen die göttin der liebe selbst hätte sich nicht zuversichtlicher als die untadelige danae dem auge der schärfsten kenner ja selbst den augen einer nebenbuhlerin in diesem aufzug überlassen dürfen der charakter der ungeschminkten unschuld welchen sie so unverbesserlich nachahmte schien dadurch einen noch lebhaftern ausdruck zu erhalten aber einen so lebhaften daß ein jeder andrer als ein agathon dabei in gefahr gewesen wäre die seinige zu verlieren freilich hatten die übrigen zuschauer mühe genug sich zu enthalten die rolle des apollo in ganzem ernste zu machen aber von unserm helden hatte danae nichts zu besorgen und sie fand daß hippias nicht zu viel von ihm versprochen hatte diese körperlichen schönheiten die er nicht einmal deutlich unterschied weil sie in seinen augen mit den geistigen in eins zusammengeflossen waren mochten den grad der lebhaftigkeit seiner empfindungen noch so sehr erhöhen sie konnten doch die natur derselben nicht verändern niemals in seinem leben waren sie reiner begierdenfreier unkörperlicher gewesen kurz so widersinnig es jenen aus gröberm stoffe gebildeten erden söhnen welche in dem vollkommensten weibe nur ein weib sehen scheinen mag es ist nichts gewisser als daß danae mit einer gestalt und in einem aufzuge welche wenn uns ein ausdruck des hippias erlaubt ist einen geist hätten verkörpern mögen diesen seltsamen jüngling in einen so völligen geist verwandelte als man jemals diesseits des mondes gesehen hat achtes kapitel was die nacht durch im gemüte der hauptpersonen vorgegangen wir haben schon so viel von der gegenwärtigen gemütsverfassung unsers helden gesagt daß man sich nicht verwundern wird wenn wir hinzusetzen dass er den übrigen teil der nacht in ununterbrochenem anschauen dieser idealen vollkommenheit zubrachte die seine einbildungskraft mit einer ihr gewöhnlichen kunst und ohne dass er den betrug gewahr wurde an die stelle der schönen danae geschoben hatte dieses anschauen setzte sein gemüt in eine so angenehme und ruhige entzückung daß er gleich als ob nun alle seine wünsche befriediget wären nicht das geringste von der unruhe den begierden der innerlichen gärung der abwechslung von frost und hitze fühlte womit die leidenschaft mit welcher man ihn nicht ohne wahrscheinlichkeit behaftet glauben kann sich ordentlicher weise anzukündigen pflegt was die schöne betrifft welche die ehre hatte diese erhabenen entzückungen in ihm zu erwecken diese brachte den rest der nacht zwar nicht mit ebenso erhabenen aber doch in ihrer art mit ebenso angenehmen betrachtungen zu agathon hatte ihr gefallen sie war mit dem eindrucke den sie auf ihn gemacht zufrieden und sie glaubte nach den beobachtungen die ihr dieser abend bereits an die hand gegeben daß sie sich selbst mit gutem grunde zutrauen könne ihn durch die gehörigen gradationen zu einem zweiten und vielleicht standhaftern als sie biades zu machen nichts war ihr hierbei angenehmer als die bestätigung des plans den sie sich über die art und weise wie man seinem herzen am leichtesten beikommen könne ausgedacht hatte es ist wahr der einfall sich an die stelle der tänzerin zu setzen war ihr erst in dem augenblick gekommen da sie ihn ausführte allein sie würde ihn gewiss nicht ausgeführt haben wofern sie die gute wirkung davon nicht mit einer art von gewissheit vorausgesehen hätte hätte sie in dem ersten augenblick da sie sich unserm helden in ihrer eigenen person darstellte in ihren gebärden oder in ihrem anzuge das mindeste gehabt das ihm anstößig hätte sein können so würde es ihr schwer geworden sein den widrigen eindruck dieses ersten augenblicks jemals wieder gut zu machen agathon musste in den fall gesetzt werden sich selbst zu hintergehen ohne das geringste davon zu merken und wenn er für subalterne reizungen empfindlich gemacht werden sollte so musste es durch vermittelung der einbildungskraft und auf eine solche art geschehen dass die geistigen und die körperlichen schönheiten sich in seinen augen vermengten ohne dass er in den letzteren nichts als den widerschein der ersten zu sehen glaubte der weise hippias hatte zu viel ursache den agathon bei dieser gelegenheit zu beobachten als daß ihm das geringste entgangen wäre was ihn des glücklichen fortgangs seiner anschläge zu versichern schien allein er schmeichelte sich zu viel wenn er hoffte kallias werde in dem ekstatischen zustande worin er zu sein schien ihn zum vertrauten seiner empfindungen machen das vorurteil welches dieser wieder ihn gefaßt hatte verschloß ihm den mund so gern er auch dem strome seiner begeisterung den lauf gelassen hätte eine danae war in seinen augen ein allzu vortrefflicher gegenstand und das was er für sie empfand zu rein zu weit über die tierische denkungsart eines hippias erhaben daß er nicht durch eine unzeitige vertraulichkeit gegen diesen ungeweihten beides zu entheiligen geglaubt hätte neuntes kapitel eine kleine metaphysische abschweifung es gibt so verschiedene gattungen von liebe daß es wie uns ein kenner versichert hat nicht unmöglich wäre drei oder vier personen zu gleicher zeit zu lieben ohne daß sich eine derselben über untreue zu beklagen hätte agathon hatte in einem alter von siebzehn jahren für die priesterin zu delphi etwas zu empfinden angefangen daß derjenigen art von liebe glich die nach dem ausdruck vieldings ein wohl zubereiteter rostbeef einem menschen einflößt der guten appetit hat diese animalische liebe hatte ehe er selbst noch wußte was daraus werden könnte der zärtlichkeit weichen müssen welche ihm psyche einflößte die zuneigung die er zu diesem liebenswürdigen geschöpfe trug war eine liebe der sympathie eine harmonie der herzen eine geheime verwandtschaft der seelen welche sich dem der sie nicht aus erfahrung kennt unmöglich recht beschreiben läßt eine liebe an der das herz und der geist mehr anteil hat als die sinne und die vielleicht die einzige art von verbindung ist welche wofern sie allgemein sein könnte den sterblichen einen begriff von den verbindungen und vergnügungen himmlischer geister zu geben fähig wäre agathon konnte also von dieser gedoppelten art von liebe wovon eine die antipode der andern ist aus erfahrung sprechen allein diejenige worin jene beiden sich ineinander mischen die liebe welche die sinne den geist und das herz zugleich bezaubert die heftigste die reizendste und gefährlichste aller leidenschaften war ihm noch unbekannt es ist also wohl kein wunder daß sie sich seines ganzen wesens schon bemeistert hatte ehe es ihm nur eingefallen war ihr zu widerstehen freilich hätte dasjenige was in seinem gemüte vorging nachdem er in zwei oder drei tagen die schöne danae weder gesehen noch etwas von ihr gehört hatte den zustand seines herzens einem unbefangenen zuschauer verdächtig gemacht aber er selbst war weit entfernt das geringste mißtrauen in die unschuld seiner gesinnungen zu setzen was ist natürlicher dachte er als das verlangen das liebenswürdigste aller wesen nachdem man es einmal gesehen hat wieder zu sehen immer zu sehen so urteilt die leidenschaft aber was sagte denn die vernunft dazu die vernunft oh die sagte gar nichts übrigens müssen wir doch es mag nun zur entschuldigung unsers helden dienen oder nicht den umstand nicht aus der acht lassen dass er von der schönen danae nichts anders wusste als was er gesehen hatte der charakter den ihr die welt beilegte war ihm gänzlich unbekannt er hatte noch keinen anlaß und die wahrheit zu sagen auch kein verlangen gehabt sich danach zu erkundigen ihm war genug daß er sie gesehen hatte ein sehr gewöhnlicher irrtum schob das was sie in seinen augen war dem was sie selbst war unter sie war ihm das vollkommenste was er sich denken konnte was kümmerte ihn das urteil der welt von ihr neuntes kapitel und ende von viertes buch fünftes buch erstes kapitel zweites kapitel von geschichte des agathon teil eins diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz geschichte des agathon teil eins von christoph martin wieland fünftes buch erstes kapitel zweites kapitel fünftes buch agathon im hause der danae erstes kapitel worin die absichten des hippias einen merklichen schritt machen inzwischen waren ungefähr acht tage verflossen welche dem stillschweigenden und melancholischen agathon zu großem vergnügen des boshaften sophisten acht jahrhunderte deuchten als dieser an einem morgen zu ihm kam und ihm mit einer gleichgültigen art sagte danae hat einen aufseher über ihre gärten und landgüter vonnöten was sagst du zu dem einfall den ich habe dich an diesen platz zu setzen ich dächte du solltest dich nicht übel zu einem solchen schicken hast du nicht lust in ihre dienste zu treten ein wort welches bestürzung und übermäßige freude mißtrauen und hoffnung erblassen und glühen zu gleicher zeit ausdrückte würde uns wohl zu statten kommen die verwirrung auszudrücken wo rein diese anrede den guten agathon setzte sie war zu groß als daß er sogleich hätte antworten können allein die augen des hippias in welchem er einen teil der bosheit las die der sophist zu verbergen sich bemühte gaben ihm bald die sprache wieder wenn du lust hast dich auf diese art von mir loszumachen versetzte er mit so vieler fassung als ihm möglich war so hab ich nur eine bedenklichkeit und diese ist daß ich mich sehr schlecht auf die landwirtschaft verstehe das hat nichts zu bedeuten du wirst leute unter dir haben die sich desto besser darauf verstehen und dies ist genug im übrigen glaube ich daß du mit vergnügen in diesem hause sein wirst du liebest das landleben und du wirst gelegenheit haben alle seine annehmlichkeiten zu schmecken wenn du es zufrieden bist so geh ich die sache in richtigkeit zu bringen du hast dir das recht erkauft mit mir zu machen was du willst die wahrheit zu sagen callias ungeachtet der kleinen mißhelligkeiten unsrer köpfe verliere ich dich ungern allein danae scheint es zu wünschen und ich habe verbindlichkeiten gegen sie sie hat ich weiß nicht woher eine große meinung von deiner fähigkeit gefasst und da ich alle tage gelegenheit haben werde dich in ihrem hause zu sehen so kann ich's mir um so eher gefallen lassen dich an eine freundin abzutreten von der ich gewiß bin daß sie dir so begegnen wird wie du es verdienest agathon beharrte in seinem angenommenen tone von gleichgültigkeit und hippias dem es mühe kostete die spöttereien zurückzuhalten die ihm alle augenblicke auf die lippen kamen verließ ihn ohne sich merken zu lassen dass er wüsste was er von dieser gleichgültigkeit denken sollte das betragen agathons bei diesem anlaß wird ihn vielleicht in den verdacht setzen dass er sich bewusst gewesen sei es stehe nicht so gar richtig in seinem herzen denn warum hätte er sonst nötig gehabt sich zu verbergen allein man muss sich seiner gegen den sophisten gefaßten vorurteile erinnern um zu sehen daß er vollkommen in seinem charakter blieb indem er empfindungen vor ihm zu verbergen suchte die einem so unverbesserlichen antiplaton ganz unverständlich oder vollkommen lächerlich gewesen wären die freude welcher er sich überließ sobald er wieder allein war läßt uns keinen zweifel übrig daß er damals noch nicht das geringste mißtrauen in sein herz gesetzt habe diese freude war über allen ausdruck liebhaber von einer gewissen art können sich eine vorstellung davon machen welche der allerbesten beschreibung wert ist und den übrigen würde diese beschreibung ungefähr so viel helfen als eine sehkarte einem fußgänger die unvergleichliche danae wiederzusehen nicht nur wiederzusehen in ihrem hause zu sein unter ihren augen zu leben ihres umgangs zu genießen vielleicht ihrer freundschaft gewürdige zu werden hier hielt seine entzückte einbildungskraft stille die hoffnungen eines gewöhnlichen liebhabers würden weiter gegangen sein allein agathon war kein gewöhnlicher liebhaber ich liebe die schöne danae sagte hyacinthus da er nach ihrem genuß lüstern war eben darum liebst du sie nicht würde ihm die sokratische diotima geantwortet haben derjenige der in dem augenblicke da ihm seine geliebte den ersten kuß auf ihre hand gestattet einen wunsch nach einer größern glückseligkeit hat muss nicht sagen daß er liebe zweites kapitel veränderung der szene danae besaß durch die freigebigkeit des prinzen cyrus außer dem hause welches sie zu smyrna bewohnte ein landgut in der anmutigsten gegend außerhalb der stadt wo sie von zeit zu zeit einige dem vergnügen geweihte tage zuzubringen pflegte hierher mußte sich agathon begeben um von seinem neuen amte besitz zu nehmen und dasjenige zu veranstalten was zum empfangen seiner gebieterin nötig war welche sich vorgenommen hatte den rest der schönen jahreszeit auf dem lande zu genießen wir widerstehen der versuchung eine beschreibung von diesem landgute zu machen um dem leser das vergnügen zu lassen sich dasselbe so wohl angelegt so prächtig und so angenehm vorzustellen als er selbst will alles was wir davon sagen wollen ist daß diejenigen deren einbildungskraft einiger unterstützung nötig hat den sechzehnten gesang des befreiten jerusalems lesen müssten um sich eine vorstellung von dem orte zu machen den sich diese griechische armide zum schauplatz der siege auswählte die sie über unseren helden zu erhalten hoffte sie fand nicht für gut oder konnte es nicht über sich selbst erhalten ihn lange auf ihre ankunft warten zu lassen und sie war kaum angelangt als sie ihn zu sich rufen ließ und ihn durch folgende anrede in eine angenehme bestürzung setzte die bekanntschaft die wir vor einigen tagen miteinander gemacht haben wäre auch ohne die nachrichten die mir hippias von dir gegeben schon genug gewesen mich zu überzeugen daß du für den stand nicht geboren bist in den dich ein widriger zufall gesetzt hat die gerechtigkeit die ich personen von verdiensten widerfahren zu lassen fähig bin gab mir das verlangen ein dich aus einem verhältnis gegen hippias zu setzen welches dir die verschiedenheit deiner denkungsart von der seinigen in die länge beschwerlich gemacht haben würde er hatte die gefälligkeit dich mir als eine person vorzuschlagen die sich schickte die stelle eines aufsehers in meinem hause zu vertreten ich nahm sein erbieten an um das vergnügen zu haben den gebrauch davon zu machen den ich deinen verdiensten und meiner denkungsart schuldig bin du bist frei kallias und vollkommen herr zu tun was du für gut befindest kann die freundschaft die ich dir anbiete dich bewegen bei mir zu bleiben so wird der name eines amtes von dessen pflichten ich dich völlig freispreche wenigstens dazu dienen der welt eine begreifliche ursache zu geben warum du in meinem hause bist wo nicht so soll das vergnügen womit ich zu beförderung der entwürfe die du wegen deines künftigen lebens machen kannst die hand bieten werde dich von der lauterkeit der bewegungsgründe überzeugen welche mich so gegen dich zu handeln angetrieben haben die edle und ungezwungene anmut womit dieses gesprochen wurde vollendete die wirkung die eine so großmütige erklärung auf den empfindungsvollen agathon machen musste was für eine art zu denken was für eine seele konnte er weniger tun als sich zu ihren füßen werfen um in ausdrücken deren verwirrung ihre ganze beredsamkeit ausmachte der bewunderung und der dankbarkeit den lauf zu lassen deren übermaß seine brust zu zersprengen drohte keine danksagungen kallias unterbrach ihn die großmütige danae was ich getan habe ist nicht mehr als ich einem jeden andern der deine verdienste hätte ebenso wohl schuldig zu sein glaubte ich habe keine ausdrücke für das was ich empfinde anbetungswürdige danae rief der entzückte agathon ich nehme dein geschenk an um das vergnügen zu genießen dein freiwilliger sklave zu sein eine ehre gegen welche ich die krone des königs von persien verschmähen würde ja schönste danae seitdem ich dich gesehen habe kenne ich kein größeres glück als dich zu sehen und wenn alles was ich in deinem dienste tun kann fähig wäre dich von der unaussprechlichen empfindung die ich von deinem werte habe zu überzeugen würdig wäre mit einem zufriedenen blicke von dir belohnt zu werden o danae wer würde dann so glücklich sein als ich laß uns sagte die bescheidne nymphe ein gespräch enden das die allzu große dankbarkeit deines herzens auf einen zu hohen ton gestimmt hat ich habe dir gesagt auf was für einem fuß du hier sein wirst ich sehe dich als einen freund meines hauses an dessen gegenwart mir vergnügen macht dessen werd ich hoch schätze und dessen dienste mir in meinen angelegenheiten desto nützlicher sein können da sie freiwillige und die frucht einer uneigennützigen freundschaft sein werden mit diesen worten verließ sie den dankbaren agathon in dessen erklärung einige vielleicht schwulst und unsinn oder wenigstens zu viel feuer und entzückung gefunden haben werden allein sie werden sich zu erinnern belieben daß agathon weder in einer so gelassenen gemütsverfassung war wie sie noch alles wußte was sie durch unsere verräterei von der schönen danae erfahren haben wir wissen freilich was wir ungefähr von ihr denken sollen allein in seinen augen war sie eine göttin und zu ihren füßen liegend konnte er zumal bei der verbindlichkeit die er ihr hatte natürlicher weise diese danae nicht mit der philosophischen gleichgültigkeit ansehen womit wir andern sie nicht sehen agathon war nun also ein hausgenosse der schönen danae und entfaltete mit jedem tage neue verdienste die ihn dieses glückes würdig zeigten und die seine geringe achtung für den hippias ihn verhindert hatte in dessen hause sehen zu lassen da nebst den besonderen ergötzungen des landlebens diese feinere art von belustigungen an denen der witz und die musen den meisten anteil haben die hauptsächlichste beschäftigung war wozu man die zeit in diesem angenehmen aufenthalt anwandte so hatte er gelegenheit genug seine talente von dieser seite schimmern zu lassen seine bezauberte fantasie gab ihm so viel erfindungen an die hand daß er keine andere mühe hatte als diejenigen auszuwählen die er am geschicktesten glaubte seine gebieterin und die kleine gesellschaft von vertrauten freunden die sich bei ihr einfanden zu ergötzen so weit war es schon mit demjenigen gekommen der vor wenigen tagen es für eine geringschätzige bestimmung hielt in der person eines unschuldigen vorlesers die ionischen ohren zu bezaubern in der tat können wir länger nicht verbergen daß diese unbeschreibliche empfindung wie er dasjenige nannte was ihm die schöne danae eingeflößt hatte dieses ich weiß nicht was welches wir so wenig er es auch gestanden hätte ganz ungescheut liebe nennen wollen in dem laufe von wenigen tagen so sehr gewachsen war daß einem jeden andern als einem agathon die augen über den wahren zustand seines herzens hätten aufgehen müssen und ungeachtet wir besorgen müssen daß die umständlichkeit unserer erzählung bei diesem teile seiner geschichte den ernsthaftern unter unseren lesern langweilig vorkommen werde so können wir uns doch nicht entbrechen von dem wie und warum dieser schnellen veränderung genauere rechenschaft zu geben alle achtung die wir den besagten ernsthaften lesern schuldig sind kann und darf uns nicht verhindern als etwas mögliches anzunehmen daß diese geschichte vielleicht künftig einem jungen noch nicht ganz ausgebrüteten agathon in die hände fallen könnte der aus einer genauern beschreibung der veränderungen welche die göttin danae nach und nach in dem herzen und der denkungsart unsers helden hervorgebracht sich gewisse beobachtungen und kautelen ziehen könnte von welchen er guten gebrauch zu machen gelegenheit bekommen möchte wir glauben also wenn wir diesem zukünftigen agathon zu gefallen uns die mühe nehmen der leidenschaft unsers helden von der quelle an in ihrem wiewohl noch geheimen laufe nachzugehen desto eher entschuldiget zu sein da es allen übrigen die mit diesen anekdoten nichts zu machen wissen frei steht das folgende kapitel zu überschlagen fünftes buch drittes kapitel viertes kapitel natürliche geschichte der platonischen liebe die quelle der liebe sagt zoroaster oder hätte es doch sagen können ist das anschauen eines gegenstandes der unserer einbildungskraft bezaubert der wunsch diesen gegenstand immer anzuschauen ist der erste grad derselben je bezauberter dieses anschauen ist und je mehr die an dieses bild der vollkommenheit angeheftete seele daran zu entdecken und zu bewundern findet desto länger bleibt sie in den grenzen dieses ersten grades der liebe stehen dasjenige was sie hierbei erfährt kommt anfangs demjenigen außerordentlichen zustand ganz nahe den man verzückung nennt alle andern sinnen alle tätigen kräfte der seele scheinen stille zu stehen und in einen einzigen blick worin man keiner zeitfolge gewahr wird verschlungen zu sein dieser zustand ist zu gewaltsam als daß er lange dauern könnte langsamer oder schneller macht er dem bewußtsein eines unaussprechlichen vergnügens platz welches die natürliche folge jenes ekstatischen anschauens ist und wovon wie einige adepten uns versichert haben keine andre art von vergnügen oder wollust uns einen bessern begriff geben kann als der unreine und düstre schein einer pechfackel von der klarheit des unkörperlichen lichts worin ihrer meinung nach die geister als in ihrem elemente leben dieses innerliche vergnügen äußert sich bald durch die veränderungen die es in dem mechanischen teil unseres wesens hervorbringt es wallt mit hüpfender munterkeit in unsern adern es schimmert aus unseren augen es gießt eine lächelnde heiterkeit über unser gesicht gibt allen unseren bewegungen eine neue lebhaftigkeit und anmut stimmt und erhöht alle kräfte unserer seele belebt das spiel der phantasie und des witzes und kleidet so zu sagen alle unsere ideen in den schimmer und die farbe der liebe ein liebhaber ist in diesem augenblick mehr als ein gewöhnlicher mensch er ist wie plato sagt von einer gottheit voll die aus ihm redet und wirket und es ist keine vollkommenheit keine tugend keine heldentat so groß wozu er in diesem stande der begeisterung und unter den augen des geliebten gegenstandes nicht fähig wäre dieser zustand dauert noch fort wenn er gleich von demselben entfernt wird und das bild desselben das seine ganze seele auszufüllen scheint ist so lebhaft daß es einiger zeit bedarf bis er der abwesenheit des urbildes gewahr wird aber kaum empfindet die seele diese abwesenheit so verschwindet jenes vergnügen mit seinem ganzen zaubergefolge man erfährt in immer zunehmenden graden das gegenteil von allen wirkungen der vorbesagten begeisterung und derjenige der vor kurzem mehr als ein mensch schien scheint nun nichts als der schatten von sich selbst ohne leben ohne geist zu nichts geschickt als in einöden wildnissen wie ein gespenst umher zu irren den namen seiner göttin in felsen einzugraben und den tauben bäumen seine schmerzen vorzuseufzen ein kläglicher zustand in wahrheit wenn nicht ein einziger blick des gegenstandes von dem diese seltsame bezauberung herrührt hinlänglich wäre in einem wink diesem schatten wieder einen leib dem leib eine seele und der seele diese begeisterung wieder zu geben durch welche sie ohne beobachtung einiger stufen folge von der verzweiflung zu unermeßlicher wonne übergeht wenn agathon dieses alles nicht völlig in so hohem grad erfuhr als andere seiner art so muß es vermutlich allein dem einfluss beigemessen werden welche seine geliebte psyche noch in dasjenige hatte was in seinem herzen vorging allein wir müssen gestehen dieser einfluß wurde immer schwächer die lebhaften farben womit ihr bild seiner einbildung bisher vorgeschwebt hatte wurden immer matter und anstatt daß ihn sonst sein herz an sie erinnerte mußte es itzt durch einen zufall geschehen endlich verschwand dieses bild gänzlich psyche hörte auf für ihn da zu sein ja kaum erinnerte er sich alles dessen was vor seiner bekanntschaft mit der schönen danae vorgefallen war anders als wie ein erwachsener mensch sich seiner ersten kindheit erinnert es ist also leicht zu begreifen dass seine ganze vormalige art zu empfinden und zu sein einige veränderung erlitt und die farbe und den ton des gegenstandes bekam der mit einer so unumschränkten macht über ihn herrschte sein ernsthaftes wesen machte nach und nach einer gewissen munterkeit platz die ihm vieles das er ehemals gemißbilliget hatte in einem günstigern lichte zeigte seine sittenlehre wurde unvermerkt freier und gefälliger und seine ehemaligen freunde die ätherischen geister wenn sie ja noch einigen zutritt bei ihm hatten mussten sich gefallen lassen die gestalt der schönen danae anzunehmen um vorgelassen zu werden vor begierde der beherrscherin seines herzens zu gefallen vergaß er sich um den beifall unsichtbarer zuschauer seines lebens zu bekümmern und der zustand der entkörperten seelen deuchte ihn nicht mehr so beneidenswürdig seitdem er ohne seinen leib abgelegt zu haben im anschauen dieser irdischen göttin ein vergnügen genoß welches alle seine einbildungen überstieg der wunsch immer bei ihr zu sein war nun erfüllt dem zweiten der auf diesen gefolgt sein würde dem verlangen ihre freundschaft zu besitzen war sie selbst gleich anfangs großmütiger weise zuvorgekommen und die verbindliche und vertraute art wie sie etliche tage lang mit ihm umging ließ ihm von dieser seite nichts zu wünschen übrig da er nun ihre freundschaft hatte so wünschte er auch ihre liebe zu haben ihre liebe ja aber eine liebe wie nur die einbildungskraft eines agathons fähig ist sich vorzustellen kurz da er anfing zu merken daß er sie liebe so wünschte er wieder geliebt zu werden allein er liebte sie mit einer so uneigennützigen so geistigen so begierdefreien liebe daß sein kühnster wunsch nicht weiter ging als in jener sympathetischen verbindung der seelen mit ihr zu stehen wovon ihm psyche die erfahrung gegeben hatte wie angenehm dachte er wie entzückungsvoll wie sehr über alles was die sprache der sterblichen ausdrücken kann müsste eine solche sympathie mit einer danae sein da sie mit psychen schon so angenehm gewesen war zum unglück für unseren platoniker war dies ein plan wozu danae sich nicht so gut anließ als er es gewünscht hatte denn sie fuhr immer fort sich in den grenzen der freundschaft zu halten es sei nun daß sie nicht geistig genug war sich von der intellektuellen liebe einen rechten begriff zu machen oder daß sie es lächerlich fand in ihrem alter und mit ihrer figur eine rolle zu spielen welche sich nur für personen die im bade keine besuche mehr annehmen zu schicken schien zwar hatte sie zu viel bescheidenheit sich über diesen letzten punkt deutlich zu erklären aber es fehlte ihr doch nicht anwendungen ihm ihre gedanken von der sache auf eine feine art zu verstehen zu geben gewisse kleine nachlässigkeiten in ihrem putz ein verräterischer zehführ oder ihr sperling der wenn sie neben agathon auf einer ruhebank saß mit mutwilligem schnabel an dem gewand zerrte das zu ihren füßen herabfloss schienen oft seiner ätherischen liebe spotten und ihm aufmunterungen geben zu wollen deren ein minder bezauberter liebhaber nicht bedurft hätte sie hatte ursache mit dem erfolg dieser kleinen kunstgriffe zufrieden zu sein agathon welcher gewohnt war den leib und die seele als zwei verschiedene wesen zu betrachten und in dessen augen danae eine geraume zeit nichts anders als nach dem ausdruck des guidi eine himmlische schönheit in einem irdischen schleier gewesen war vermengte diese beiden wesen je länger je mehr in seiner vorstellung miteinander und er konnte es desto leichter da in der tat alle körperlichen schönheiten seiner göttin so beseelt und alle schönheiten ihrer seele so verkörpert waren daß es beinahe unmöglich war sich die einen ohne die andern vorzustellen dieser umstand brachte zwar keine wesentliche veränderung in seiner art zu lieben hervor doch ist gewiß daß er nicht wenig dazu beitrug ihn unvermerkt in eine verfassung zu setzen welche die absichten der schlauen danae mehr zu begünstigen als abzuschrecken schien o du für den wir aus großmütiger freundschaft uns die mühe gegeben haben dieses dir allein gewidmete kapitel zu schreiben halte hier ein und frage dein herz wenn du eine danae gefunden hast armer jüngling welche molly kann es nicht in deinen bezauberten augen sein und du verstehst den schluß dieses kapitels so kommt unsre warnung schon zu spät du bist verloren fliehe in diesem augenblicke fliehe und ersticke den wunsch sie wiederzusehen wenn du dies nicht kannst wenn du nachdem du diese warnung gelesen nicht willst so bist du kein agathon mehr so bist du was wir andern alle sind tue was du willst es ist nichts mehr an dir zu verderben viertes kapitel neue talente der schönen danae danae war weit entfernt gleichgültig gegen die vorzüge des callias zu sein oder die sache unverhohlen zu sagen es kostete ihr vielmehr einige mühe ihm zu verbergen wie sehr sie von seiner liebe gerührt war und wie gern sie sich dieselbe zu nutze gemacht hätte allein aus einem agathon einen alcibiades zu machen konnte nicht das werk von etlichen tagen sein zumal da er durch unmerkliche schritte und ohne daß sie selbst etwas dabei zu tun schien zu einer so großen veränderung gebracht werden musste wenn sie anders dauerhaft sein sollte die große kunst war also unter der maske der freundschaft seine begierden zu eben der zeit zu reizen da sie selbige durch eine unaffektierte zurückhaltung abzuschrecken schien allein auch dies war nicht genug er mußte vorher die macht verlieren zu widerstehen wenn der augenblick einmal gekommen sein würde da sie die ganze gewalt ihrer reizungen an ihm zu prüfen entschlossen war eine zärtliche weichlichkeit mußte sich vorher seiner ganzen seele bemeistern und seine in vergnügen schwimmenden sinne mußten von einer süßen unruhe und wollüstigen sehnsucht eingenommen werden ehe sie es wagen durfte einen versuch zu machen der wenn er zu früh gemacht worden wäre gar leicht ihren ganzen plan hätte vereiteln können zum unglück für unseren helden ersparte ihr die magische kraft seiner einbildung die hälfte der mühe welche sie aus einem übermaß von freundschaft anwenden wollte ihm die verwandlung die mit ihm vorgehen sollte zu verbergen ein lächeln seiner göttin war genug ihn in vergnügen zu zerschmelzen ihre blicke schienen ihm einen überirdischen glanz über alle gegenstände auszugießen und ihr atem der ganzen natur den geist der liebe einzuhauchen was musste also aus ihm werden da sie zu vollendung ihres sieges alles anwendete was auch den unempfindlichsten unter allen menschen zu ihren füßen hätte legen können agathon wußte noch nicht daß sie die laute spielte und in der musik eine ebenso große virtuosin als in der tanzkunst war die ländlichen feste und lustbarkeiten in deren erfindung er unerschöpflich war gaben ihr anlaß ihn durch entdeckung dieser neuen reizungen in erstaunen zu setzen es ist billig sagte sie zu ihm daß ich deine bemühungen mir vergnügen zu machen durch eine erfindung von meiner art erwidere diesen abend will ich dir den wettstreit der sirenen mit den musen geben ein stück des berühmten damons das ich noch von aspasiens zeiten übrig habe und das von den kennern für das meisterstück der tonkunst erklärt wurde die anstalten sind schon dazu gemacht und du allein sollst der zuhörer und richter dieses wettgesangs sein niemals hatte dem agathon eine zeit länger gedäucht als die wenigen stunden die er in erwartung dieses versprochenen vergnügens zubrachte danae hatte ihn verlassen um durch ein erfrischendes bad ihrer schönheit einen neuen glanz zu geben indessen daß er die verschwindenden strahlen der untergehenden sonne einen nach dem andern zu zählen schien endlich kam die angesetzte stunde der schönste tag hatte der anmutigsten nacht platz gemacht und eine süße dämmerung hatte schon die ganze schlummernde natur eingeschleiert als plötzlich ein neuer zauberischer tag von einer unendlichen menge künstlich versteckter lampen verursacht den reizenden schauplatz erhellte welchen die fee des orts zu diesem lustspiel hatte zubereiten lassen eine mit lorbeerbäumen beschattete anhöhe erhob sich aus einem großen spiegelhellen teiche der mit marmor gepflastert und ringsum mit mürteln und rosenhecken eingefaßt war kleine quellen schlängelten den lorbeerhain herab und rieselten mit sanftem gemurmel in den teich hinab an dessen ufer hier und da kleine grotten mit korallenmuscheln und andern seegewächsen ausgeschmückt hervorragten und die wohnung der nymphen dieses wassers zu sein schienen ein kleiner nachen in gestalt einer perlenmuschel von einem marmornen triton emporgehalten stand der anhöhe gegenüber am ufer und war der sitz auf welchem agathon als richter dem wettgesang zuhören sollte fünftes buch fünftes kapitel sechstes kapitel magische kraft der musik agathon hatte seinen platz kaum eingenommen als man ein plätscherndes gewühl im wasser und aus der ferne eine sanft zerflossene harmonie von allen arten musikalischer instrumente hörte ohne zu sehen woher sie kam unser liebhaber wurde ungeachtet er zu diesem spiele vorbereitet war zu glauben versucht daß sein inneres ohr der harmonie der sphären aufgetan worden sei deren wirklichkeit ihn die pythagorischen weisen schon in seiner frühesten jugend glauben gelehrt hatten während dieses liebliche getön immer näher kam sah er zu gleicher zeit die musen aus dem kleinen lorbeer welchen und die sirenen aus ihren grotten hervorkommen danae hatte die jüngsten und schönsten aus ihren aufwärterinnen ausgelesen diese meernymphen vorzustellen welche nur von einem wallenden streif von himmelblauem bysus umflattert mit zitern und flöten in der hand sich über die wellen erhoben und mit jugendlichem stolz untadelige schönheiten vor den augen ihrer eifersüchtigen gespielen entdeckten kleine tritonen bliesen um sie her schwimmend aus krummen hörnern und neckten sie durch mutwillige spiele indessen danae mitten unter den musen an den rand der kleinen halbinsel herabstieg und wie venus unter den grazien oder diana unter ihren nymphen hervorglänzend dem auge keine freiheit ließ auf einem andern gegenstande zu verweilen ein langes schneeweißes gewand unter dem halb enthüllten busen mit einem goldnen gürtel umfaßt floß in leicht wallenden falten zu ihren füßen herab ein kranz von rosen wand sich um ihre locken wovon ein teil in kunstloser anmut um ihren nacken schwebte ihr rechter arm auf dessen weiße und schönheit homers juno hätte eifersüchtig werden können umfaßte eine laute von elfenbein die übrigen musen mit verschiedenen saiteninstrumenten versehen lagerten sich zu ihren füßen sie allein blieb in unnachahmlich reizender stellung stehen und hörte der aufforderung zu welche die übermütigen sirenen ihr entgegensangen man muss gestehen das gemälde welches sich in diesem augenblick unserem helden darstellte war nicht sehr geschickt weder sein herz noch seine sinnen in ruhe zu lassen gleichwohl war die absicht der danae nur ihn durch die augen zu den vergnügungen des gehörs vorzubereiten und ihr stolz verlangte keinen geringern triumph als ein so reizendes gemälde durch die zaubergewalt ihrer stimme und ihrer saiten in seiner seele auszulöschen sie schmeichelte sich nicht zu viel die sirenen hörten auf zu singen und die musen antworteten ihrer ausforderung durch eine symphonie welche auszudrücken schien wie gewiß sie sich des sieges hielten nach und nach verlor sich die munterkeit die in dieser symphonie herrschte ein feierlicher ernst nahm ihren platz ein das getön wurde immer einförmiger bis es endlich in ein dunkles gedämpftes murmeln und zuletzt in eine gänzliche stille erstarb allgemeines erwarten schien dem erfolg dieser vorbereitenden stille entgegenzuhorchen als es auf einmal durch eine liebliche harmonie unterbrochen wurde welche die geflügelten und seelenvollen finger der schönen danae aus ihrer laute lockten eine stimme welche fähig schien die seelen ihren leibern zu entführen und tote wieder zu beseelen wenn wir einen ausdruck des liebhabers der schönen laura entlehnen dürfen beseelte diese reizende anrede der inhalt des wettgesangs war ein streit über den vorzug der liebe die sich auf die empfindung oder derjenigen die sich auf die bloße begierde gründet nichts konnte rührender sein als das gemälde welches danae von der ersten art der liebe machte in solchen tönen dachte agathon ganz gewiß in keinen andern sagen die unsterblichen einander was sie empfinden nur eine solche sprache ist der götter würdig die ganze zeit da dieser gesang dauerte deuchte ihn ein augenblick und er wurde ganz unwillig als danae aufhörte und eine der sirenen von den flöten ihrer schwestern begleitet verwegen genug war es mit seiner göttin aufzunehmen doch er wurde bald gezwungen andres sinnes zu werden als er sie hörte alle seine vorurteile für die muse konnten ihn nicht verhindern sich selbst zu gestehen daß eine fast unwiderstehliche verführung in ihren tönen atmete ihre stimme die an weichheit und biegsamkeit nicht übertroffen werden konnte schien alle grade der entzückungen auszudrücken deren die sinnliche liebe fähig ist und das wollüstige getön der flöten erhöhte die lebhaftigkeit dieses ausdrucks auf einen grad der kaum einen unterschied zwischen der nachahmung und der wahrheit übrig ließ wenn die sirenen bei welchen der kluge ulysses vorbeifahren musste so gesungen haben dachte agathon so hatte er wohl ursache sich an händen und füßen an den mastbaum binden zu lassen kaum hatten die verführerinnen ihren gesang geendiget so erhob sich ein frohlockendes klatschen aus dem wasser und die kleinen tritonen stießen in ihre hörner den sieg anzudeuten den sie über die musen erhalten zu haben glaubten allein diese hatten den mut nicht verloren sie ermunterten sich bald wieder indem sie eine symphonie anfingen welche eine spottende nachahmung des gesanges der sirenen zu sein schien nach einer weile wechselten sie die tonart und das zeitmaß und gingen zu einem adagio über welches gar bald keine spur von den eindrücken übrig ließ die der sirenengesang auf das gemüte der hörenden gemacht haben konnte eine süße schwermut bemächtigte sich agathons er sank in ein angenehmes staunen unfreiwillige seufzer entflohen seiner brust und wollüstige tränen rollten über seine wangen herab mitten aus dieser rührenden harmonie erhob sich der gesang der schönen danae welche durch die eifersüchtigen bestrebungen ihrer nebenbuhlerin aufgefordert war die ganze vollkommenheit ihrer stimme und alle zauberkräfte der kunst anzuwenden um den sieg gänzlich auf die seite der musen zu entscheiden ihr gesang schilderte die rührenden schmerzen einer wahren liebe die in ihren schmerzen selbst ein melancholisches vergnügen findet ihre standhafte treue und die belohnung die sie zuletzt von der zärtlichsten gegenliebe erhält die art wie sie dieses ausführte oder vielmehr die eindrücke die sie dadurch auf ihren liebhaber machte übertrafen alles was man sich davon vorstellen kann alle seine sinne waren ohr während sein ganzes herz in die empfindungen zerfloß die in ihrem gesange herrschten er war nicht so weit entfernt daß danae nicht bemerkt hätte wie sehr er außer sich selbst war wie viel gewalt er sich antun musste um nicht aus seinem sitz in die flut herab zu stürzen zu ihr hinüber zu schwimmen und seine in entzücken und liebe zerschmolzene seele zu ihren füßen auszuhauchen sie wurde durch diesen anblick selbst so gerührt daß sie genötiget war die augen von ihm abzuwenden um ihren gesang vollenden zu können allein sie beschloß bei sich selbst die belohnung nicht länger aufzuschieben welche sie einer so vollkommenen liebe schuldig zu sein glaubte endlich endigte sich ihr lied die begleitende symphonie hörte auf die beschämten sirenen flohen in ihre grotten die musen verschwanden und der staunende agathon blieb in trauriger entzückung allein sechstes kapitel eine abschweifung welche zum folgenden vorbereitet wir können die verlegenheit nicht verbergen in welche wir uns durch die umstände gesetzt finden worin wir unsern helden zu ende des vorigen kapitels verlassen haben sie drohen dem erhabnen charakter den er bisher mit rühmlicher standhaftigkeit behauptet und wodurch er sich billig in eine nicht gemeine hochachtung bei unsern lesern gesetzt hat einen abfall der allen die von einem helden eine vollkommene tugend fördern ebenso anstößig sein muß als ob sie nach dem was bereits mit ihm vorgegangen natürlicherweise etwas besseres hätten erwarten können wie groß ist in diesem stücke der vorteil eines romanendichters vor demjenigen welcher sich anheischig gemacht hat ohne vorurteil oder parteilichkeit mit verleugnung des ruhms den er vielleicht durch verschönerung seiner charakter und durch erhebung des natürlichen ins wunderbare sich hätte erwerben können der natur und wahrheit in gewissenhafter aufrichtigkeit durchaus getreu zu bleiben wenn jener die ganze grenzenlose welt des möglichen zu freiem gebrauch vor sich ausgebreitet sieht wenn seine dichtungen durch den mächtigen reiz des erhabnen und erstaunlichen schon sicher genug sind unsere einbildungskraft auf seine seite zu bringen wenn schon der kleinste schein von übereinstimmung mit der natur hinlänglich ist die zahlreichen freunde des wunderbaren von ihrer möglichkeit zu überzeugen ja wenn sie ihm volle freiheit geben die natur selbst umzuschaffen und als ein anderer prometheus den geschmeidigen ton aus welchem er seine halbgötter und halbgöttinnen bildet zu gestalten wie es ihm beliebt oder wie es die absicht die er auf uns haben mag erheischet so sieht sich hingegen der arme geschichtschreiber genötiget auf einem engen pfade schritt vor schritt in die fußstapfen der vor ihm hergehenden wahrheit einzutreten jeden gegenstand so groß oder so klein so schön oder so häßlich wie er ihn findet abzumalen die wirkungen so anzugeben wie sie kraft der unveränderlichen gesetze der natur aus ihren ursachen herfließen und wenn er seiner pflicht ein völliges genüge getan hat muss er sich gefallen lassen dass man seinen helden am ende um wenig oder nichts schätzbarer findet als der schlechteste unter seinen lesern sich ungefähr selbst zu schätzen pflegt vielleicht ist kein unfehlbares mittel mit dem wenigsten aufwande von genie wissenschaft und erfahrenheit ein gepriesener schriftsteller zu werden als wenn man sich damit abgibt menschen denn menschen sollen es doch sein ohne leidenschaften ohne schwachheit ohne alle mängel und gebrechen durch etliche bände voll wunderreicher abenteuer in der einförmigsten gleichheit mit sich selbst herumzuführen eh ihr es euch verseht ist ein buch fertig das durch den ton einer strengen sittenlehre durch blendende sentenzen durch personen und handlungen die eben so viele muster sind den beifall aller der gutherzigen leute überrascht welche jedes buch das die tugend anpreist vortrefflich finden und was für einen beifall kann sich erst ein solches werk versprechen wenn der verfasser die kunst oder die natürliche gabe besitzt seine schreibart auf den ton der begeisterung zu stimmen und verliebt in die schönen geschöpfe seiner erhitzten einbildungskraft die meinung von sich zu erwecken daß er es in die tugend selber sei umsonst mag dann ein verdächtiger kunstrichter sich heiser schreien daß ein solches werk ebenso wenig für die talente seines urhebers beweise als es der welt nutzen schaffe umsonst mag er vorstellen wie leicht es sei die definitionen eines auszugs der sittenlehre in personen und die maximen des epiktets in handlungen zu verwandeln umsonst mag er beweisen dass die unfruchtbare bewunderung einer vollkommenheit welche man zu erreichen ebenso wenig wahren vorsatz als vermögen hat das äußerste sei was diese wackeren leute von ihren bemühungen zum besten einer ungelehrigen welt erwarten können der weisere tatler heißt ihnen ein zoilus und hat von glück zu sagen wenn das urteil daß er von einem so moralischen werke des witzes fällt nicht auf seinen eignen sittlichen charakter zurückprallt und die gesundere beschaffenheit seines gehirns nicht zu einem beweise seines schlimmen herzens gemacht wird bei allem dem können wir nicht verbergen dass wir aus verschiedenen gründen in versuchung geraten sind der historischen wahrheit dieses einzige mal gewalt anzutun und unsern agathon wenn es auch durch irgendeinen deus ex machina hätte geschehen müssen unversehrt aus der gefahr worin er sich befindet herauszuwickeln allein da wir in erwägung zogen daß diese einzige poetische freiheit uns nötigen würde in der folge seiner begebenheiten so viele andere veränderungen vorzunehmen daß die geschichte agathons die natur einer geschichte verloren hätte so haben wir uns aufgemuntert über alle bedenklichen möglichkeiten hinaus zu gehen die uns anfänglich stutzen gemacht hatten und uns zu überreden daß der nutzen den verständige leser sogar von den schwachheiten unsers helden in der folge zu ziehen gelegenheit bekommen könnten ungleich größer sei als der zweideutige vorteil den die tugend dadurch erhalten hätte wenn wir die schöne danae in die notwendigkeit gesetzt hätten in der stille von ihm zu denken was die berühmte frühne bei einer gewissen gelegenheit von dem weisen xenokrates öffentlich gesagt haben soll so wisset denn schöne leserinnen und hütet euch stolz auf diesen sieg eurer zaubermacht zu sein das agathon nachdem er eine ziemliche weile in einem gemütszustande dessen abschilderung über die kräfte unsers pinsels geht allein zurückgeblieben war wir wissen nicht ob aus eigner bewegung oder durch den geheimen antrieb irgendeines unsokratischen genius den weg gegen einen pavillon genommen welcher auf der morgenseite des gartens in einem kleinen hain von zitronen granaten und myrtenbäumen auf ionischen säulen von jaspis ruhte daß er weil er ihn erleuchtet gefunden hineingegangen und nachdem er einen saal und zwei oder drei kleinere zimmer durchgeeilet in einem kabinette welches für die ruhe der liebesgöttin bestimmt schien die schöne danae auf einem ruhebette schlafend angetroffen daß er nachdem er sie eine lange zeit in unbeweglicher entzückung und mit einer zärtlichkeit deren innerliches gefühl alle körperliche lust an süßigkeit übertrifft betrachtet hatte endlich von der gewalt der empfindung hingerissen sich nicht länger zu enthalten vermocht zu ihren füßen kniend eine von ihren nachlässig ausgestreckten schönen händen mit einer inbrunst wovon wenige liebhaber sich eine vorstellung zu machen fähig sind zu küssen ohne daß sie davon erwacht wäre daß er hierauf noch weniger als zuvor sich entschließen können so unbemerkt als er gekommen sich wieder hinwegzuschleichen und kurz daß die kleine psyche die tänzerin welche seit der pantomime man weiß nicht warum gar nicht seine freundin war mit ihren augen gesehen haben wollte daß er eine ziemliche weile nach anbruch des tages allein und mit einer miene aus welcher sich sehr vieles habe schließen lassen aus dem pavillon hinter die myrtenhecken sich weggestohlen habe fünftes buch sechstes kapitel fünftes buch siebentes kapitel achtes kapitel siebentes kapitel nachrichten zu verhütung eines besorglichen mißverstandes beschluß des sechsten kapitels nebst einer herzenserleichterung des autors die tugend pflegt man dem aristoteles oder horatz nachzusagen ist die mittelstraße zwischen zwei abwegen welche beide gleich sorgfältig zu vermeiden sind es ist ohne zweifel wohl getan wenn ein schriftsteller der sich einen wichtigen zweck als die bloße ergötzung seiner leser vorgesetzt hat bei gewissen anlässen anstatt des zaumlosen mutwillens vieler von den neuern franzosen lieber die bescheidne zurückhaltung des jungfräulichen virgils nachahmet welcher bei einer gelegenheit wo die angolas und versorens alle ihre malerkunst verschwendet und nichts besorget hätten als daß sie nicht lebhaft und deutlich genug sein möchten sich begnügt uns zu sagen daß dido und sein held in einer höhle sich zusammenfanden allein wenn diese zurückhaltung so weit ginge daß die dunkelheit welche man über einen schlüpfrigen gegenstand ausbreitete zu mißverstand und irrtum anlaß geben könnte so würde sie deucht uns in eine falsche scham ausarten und in solchen fällen scheint uns ratsamer zu sein den vorhang ein wenig wegzuziehen als aus übertriebener bedenklichkeit gefahr zu laufen vielleicht die unschuld selbst ungegründeten vermutungen auszusetzen wie mißfällig also auch unseren leserinnen der anblick eines schönen jünglings zu den füßen einer selbst im schlummer lauter liebe und wollust atmenden danae billig sein mag so können wir doch nicht vermeiden uns noch etliche augenblicke bei diesem anstößigen gegenstande aufzuhalten man ist so geneigt in dergleichen fällen der einbildungskraft den zügel schießen zu lassen das wir uns lächerlich machen würden wenn wir behaupten wollten unser held habe sich während der ganzen zeit die er nach dem vorgeben der kleinen tänzerin in dem pavillon zugebracht haben soll immer in der ehrfurchtsvollen stellung erhalten worin man ihn zu ende des vorigen kapitels gesehen hat ja wir müssen besorgen daß leute welche freilich keine agathonen sind vielleicht so weit gehen möchten zu argwöhnen daß er sich den tiefen schlaf worin danae zu liegen schien auf eine art zu nutze gemacht haben könnte die sich ordentlicher weise nur für einen faun schickt und welche unser freund johann jakob rousseau selbst nicht schlechterdings gebilliget hätte so scharfsinnig er auch in einer note seines schreibens an d'alembert dasjenige zu rechtfertigen weiß was er eine stillschweigende einwilligung abnötigen nennet um nun unsern agathon gegen alle solche unverschuldete mutmaßungen sicherzustellen müssen wir zur steuer der wahrheit melden daß selbst die reizende lage der schönen schläferin und die günstige leichtigkeit ihres anzugs welche ihn einzuladen schien seinen augen alles zu erlauben seine bescheidenheit schwerlich überrascht haben würden wenn es ihm möglich gewesen wäre der gewalt der empfindung welche sich aller kräfte seines wesens bemächtiget hatte widerstand zu tun er überließ also endlich seine seele der vollkommensten wonne ihres edelsten sinnes dem anschauen einer schönheit welche selbst seine idealische einbildungskraft weit hinter sich zurückließ und was nur diejenigen begreifen werden welche die wahre liebe kennen dieses anschauen erfüllte sein herz mit einer so reinen vollkommenen unbeschreiblichen befriedigung daß er alle wünsche alle ahnungen einer noch größern glückseligkeit darüber vergessen zu haben schien vermutlich denn gewiß können wir hierüber nichts entscheiden würde die schönheit des gegenstandes allein so vollkommen sie war diese sonderbare wirkung nicht getan haben allein dieser gegenstand war seine geliebte dieser umstand verstärkte die bewunderung womit auch die kaltsinnigsten die schönheit ansehen müssen mit einer empfindung welche noch kein dichter zu beschreiben fähig gewesen ist so sehr sich auch vermuten läßt daß sie den mehresten aus erfahrung bekannt gewesen sein könne diese namenlose empfindung ist es allein was den wahren liebhaber von dem satyr unterscheidet und was eine art von sittlicher grazie sogar über dasjenige ausbreitet was bei diesem nur das werk des instinkts oder eines animalischen hungers ist welcher satyr würde in solchen augenblicken fähig gewesen sein wie agathon zu handeln behutsam und mit der leichten hand eines sylphen zog er das seidene gewand welches amor verräterisch aufgedeckt hatte wieder über die schöne schlafende her warf sich wieder zu den füßen ihres ruhebettes und begnügte sich ihre nachlässig ausgestreckte hand aber mit einer zärtlichkeit mit einer entzückung und sehnsucht an seinen mund zu drücken daß eine bildsäule davon hätte erweckt werden mögen sie mußte also endlich erwachen und wie hätte sie auch dessen sich länger erwehren können da ihr bisheriger schlummer wirklich nur erdichtet gewesen war sie hatte aus einer neugier die in ihrer verfassung natürlich scheinen kann sehen wollen wie ein agathon in einer so sonderbaren gelegenheit sich betragen würde aber dieser letzte beweis einer vollkommenen liebe welche ungeachtet ihrer erfahrenheit alle annehmlichkeiten der neuheit für sie hatte rührte sie so sehr daß sie von einer ungewohnten und unwiderstehlichen empfindung überwunden in einem augenblicke wo sie zum erstenmal zu lieben und geliebt zu werden glaubte nicht mehr meisterin von ihren bewegungen war sie schlug ihre schönen augen auf augen die in den wollüstigen tränen der liebe schwammen und dem entzückten agathon sein ganzes glück auf eine unendlich vollkommnere art entdeckten als es das beredeteste geständnis hätte tun können o kallias rief sie endlich mit einem tone der stimme der alle seiten seines herzens wiederhallen machte indem sie ihre schönen arme um ihn windend den glücklichsten aller liebhaber an ihren busen drückte was für ein neues wesen gibst du mir genieße o genieße du liebenswürdigster unter den sterblichen der ganzen unbegrenzten zärtlichkeit die du mir einflößest und hier ohne den leser unnötigerweise damit aufzuhalten was sie ferner sagte und was er antwortete überlassen wir den pinsel einem corregio und entfernen uns doch wir fangen an wiewohl zu spät gewahr zu werden daß wir unsern freund agathon auf unkosten seiner schönen freundin entschuldiget haben es ist leicht vorauszusehen wie wenig gnade sie vor dem ehrwürdigen und glücklichen teil unsrer leserinnen finden werde welche sich bewußt sind oder wenigstens sich schmeicheln daß sie sich in ähnlichen umständen ganz anders als danae betragen haben würden auch sind wir weit davon entfernt diese allzu zärtliche nymphe rechtfertigen zu wollen so scheinbar auch die liebe ihre vergehungen zu bemänteln weiß indessen bitten wir gleichwohl die vorbelobten lucretien um erlaubnis dieses kapitel mit einer kleinen nutzanwendung auf die sie sich vielleicht nicht gefaßt gemacht haben schließen zu dürfen diese damen mit aller ehrfurcht die wir ihnen schuldig sind sei es gesagt würden sich sehr betrügen wenn sie glaubten daß wir die schwachheiten eines so liebenswürdigen geschöpfes als die schöne danae ist nur darum verraten hätten damit sie gelegenheit bekämen ihre eigenliebe daran zu kitzeln wir sind in der tat nicht so sehr neulinge in der welt uns überreden zu lassen daß eine jede welche sich über das betragen unserer danae ärgern wird an ihrer stelle weiser gewesen wäre wir wissen sehr wohl daß nicht alles was das gepräge der tugend führt wirklich echte und vollhaltige tugend ist und daß sechzig jahre oder eine gewisse figur kein oder sehr wenig recht geben sich viel auf eine tugend zu gut zu tun welche vielleicht niemand jemals versucht gewesen ist auf die probe zu stellen kurz wir zweifeln mit gutem grunde ob diejenigen die von einer danae am unbarmherzigsten urteilen an ihrem platze einem viel weniger gefährlichen versucher als agathon die augen auskratzen würden und wenn sie es auch täten so würden wir vielleicht anstehen ihrer tugend beizumessen was eben sowohl die mechanische wirkung unreizbarer sinne oder eines unzärtlichen herzens gewesen sein könnte unser augenmerk ist bloß auf euch gerichtet ihr liebreizenden geschöpfe denen die natur die schönste ihrer gaben die gabe zu gefallen geschenkt hat ihr welche sie bestimmt hat uns glücklich zu machen aber welche eine einzige kleine unvorsichtigkeit bei erfüllung dieser schönen bestimmung so leicht in gefahr setzen kann durch die schätzbarste eurer eigenschaften durch das was die anlage zu jeder tugend ist durch die zärtlichkeit eures herzens selbst unglücklich zu werden euch allein wünschten wir überreden zu können wie gefährlich jene einbildung ist womit euch das bewusstsein eurer unschuld schmeichelt als ob es alle zeit in eurer macht stehen werde der liebe und ihren forderungen grenzen zu setzen möchten die unsterblichen wenn anders wie wir hoffen die unschuld und die güte des herzens himmlische beschützer hat möchten sie über die eurige wachen möchten sie euch zu rechter zeit warnen euch einer zärtlichkeit nicht zu vertrauen welche bezaubert von dem großmütigen vergnügen den gegenstand ihrer zuneigung glücklich zu machen so leicht sich selbst vergessen kann möchten sie endlich in jenen augenblicken wo das anschauen der entzückungen in die ihr zu setzen fähig seid eure klugheit überraschen könnte euch ins ohr flüstern das selbst ein agathon weder verdienst noch liebe genug hat um würdig zu sein dass die befriedigung seiner wünsche euch die ruhe eures herzens koste achtes kapitel welch ein zustand wenn er dauern könnte die schöne danae war nicht von denen welche das was sie tun nur zur hälfte tun nachdem sie einmal beschlossen hatte ihren freund glücklich zu machen so vollführte sie es auf eine art die alles was er bisher vergnügen und wonne genannt hatte in schatten und träume verwandelte man erinnert sich vermutlich noch dass eine art von vorwitz oder vielmehr ein launischer einfall die macht ihrer reizungen an unserem helden zu probieren anfangs die einzige triebfeder der anschläge war welche sie auf sein herz gemacht hatte die persönliche bekanntschaft belebte dieses vorhaben durch den geschmack den sie an ihm fand und der tägliche umgang die vorzüge agathons und was in den meisten fällen die niederlage der weiblichen tugend wo nicht allein verursacht doch sehr befördert die ansteckende kraft der verliebten begeisterung welcher der göttliche plato mit recht die wundertätigsten kräfte zuschreibt alles dieses zusammengenommen verwandelte zuletzt diesen geschmack in liebe aber in die wahreste zärtlichste und heftigste welche jemals gewesen ist unserm helden allein war die ehre aufbehalten wenn es eine war ihr eine leidenschaft einzuflößen worin sie ungeachtet alles dessen was uns von ihrer geschichte schon entdeckt worden ist noch so sehr ein neuling war als eine vestalin kurz er und er allein war dazu gemacht den widerwillen zu überwinden den ihr die gemeinen liebhaber die schönen hyacinthe diese tändelnden gecken an denen nach ihrem eigenen ausdruck die hälfte ihrer reizungen verloren ging gegen alles was die miene der liebe trug einzuflößen angefangen hatten die meisten von denjenigen naturkündigern welche mit dem herrn von buffon dafür halten daß das physikalische der liebe das beste davon sei werden ohne bedenken eingestehen daß der besitz oder um unsern ausdruck genauer nach ihren ideen zu bestimmen der genuß einer danae an sich selbst betrachtet die vollkommenste art von vergnügen in sich schließe deren unsre sinnen fähig sind eine wahrheit welche ungeachtet einer art von stillschweigender übereinkunft daß man sie nicht laut gestehen wolle von allen völkern und zu allen zeiten so allgemein anerkannt worden ist daß sextus cornelius agrippa und bayle selbst sich nicht getrauet haben sie in zweifel zu ziehen ob wir nun gleich nicht mut genug besitzen gegen einen so ehrwürdigen beweis als das einhellige gefühl des ganzen menschlichen geschlechts abgibt denjenigen vergnügungen der liebe welche der seele eigen sind den vorzug vor jenen öffentlich zuzusprechen so werden doch nicht wenige mit uns einstimmig sein daß ein liebhaber der selbst eine seele hat im besitz der schönsten statue von fleisch und blut die man nur immer finden kann sogar jene von den neuern epikuräern so hochgepriesene lust nur in einem sehr unvollkommnen grad erfahren würde und daß sie allein von der empfindung des herzens jenen wunderbaren reiz empfange welcher immer für unaussprechlich gehalten worden ist bis rousseau der stoiker sich herabgelassen hat sie in dem fünfundvierzigsten der briefe der neuen heloise zu schildern ohne zweifel sind es liebhaber wie saint preu und agathon welchen es zukommt über die berührte streitfrage einen entscheidenden ausspruch zu tun sie welche durch die feinheit und lebhaftigkeit ihres gefühls ebenso geschickt gemacht werden von den körperlichen als durch die zärtlichkeit ihres herzens und durch ihren inneren sinn für das sittliche schöne von den moralischen vergnügungen der liebe zu urteilen und wie wahr wie natürlich werden nicht diese wofern es anders noch ihres gleichen in diesem verderbten zeitalter gibt jene ausrufung finden die den verehrern der animalischen liebe unverständlicher war als eine heteruskische aufschrift den gelehrten oh entziehe mir immer diese berauschenden entzückungen für die ich tausend leben gäbe gib mir nur das alles wieder was nicht sie aber tausendmal süßer ist als sie die schöne danae war so sinnreich so unerschöpflich in der kunst ihre gunstbezeugungen zu vervielfältigen den innerlichen wert derselben durch die annehmlichkeiten der verzierung zu erhöhen ihnen immer die frische blüte der neuheit zu erhalten und alles eintönige alles was die bezauberung hätte auflösen und dem überdruß den zugang öffnen können dass sie oder eine andere ihres gleichen den herrn von buffon selbst dahin gebracht haben könnte seine gedanken von der liebe zu ändern diese glückseligen liebenden brauchten um ihrer empfindung nach den göttern an wonne gleich zu sein nichts als ihre liebe sie verschmähten jetzt alle jene lustbarkeiten an denen sie vorher so viel geschmack gefunden hatten ihre liebe machte alle ihre beschäftigungen und alle ihre ergötzungen aus sie empfanden nichts anders sie dachten an nichts anders sie unterhielten sich mit nichts andern und doch schienen sie sich immer zum ersten mal zu sehen zum ersten mal zu umarmen zum ersten mal einander zu sagen daß sie sich liebten und wenn sie von einer morgenröte zur andern nichts anders getan hatten so beklagten sie sich noch über die kargheit der zeit welche zu einem leben das sie zum besten ihrer liebe unsterblich gewünscht hätten ihnen augenblicke für tage anrechne welch ein zustand wenn er dauern könnte ruft hier der griechische autor aus fünftes buch neuntes kapitel eine bemerkenswürdige wirkung der liebe oder von der seelen vermischung ein alter schriftsteller den gewiß niemand beschuldigen wird daß er die liebe zu metaphysisch behandelt habe und den wir nur zu nennen brauchen um allen verdacht dessen was materielle seelen für platonische grillen erklären von ihm zu entfernen mit einem worte petronius bedient sich irgendwo eines ausdrucks welcher ganz deutlich zu erkennen gibt daß er eine verliebte vermischung der seelen nicht nur für möglich sondern für einen solchen umstand gehalten habe der die geheimnisse der liebesgöttin natürlicher weise zu begleiten pflege ob er selbst die ganze stärke dieses ausdrucks eingesehen oder ihm so viel bedeutung beigelegt habe als wir lässt sich aus guten gründen sehr bezweifeln genug daß wir diese stelle einer hypothese günstig finden ohne welche sich unserer meinung nach verschiedene phänomene der liebe nicht wohl erklären lassen und vermöge welcher wir annehmen daß bei wahren liebenden in gewissen umständen nicht wie einer unsrer tugendhaftesten dichter meint ein tausch sondern eine wirkliche vermischung der seelen vorgehe wie dieses möglich sei zu untersuchen überlassen wir den weisen und tiefsinnigen leuten die in stolzer muße und seliger abgeschiedenheit von dem getümmel dieser sublunarischen welt mit der nützlichen spekulation sich beschäftigen uns zu belehren wie alles was wirklich ist ohne nachteil ihrer meinungen und lehrgebäude möglich sein könne für uns ist genug daß eine durch unzählige beispiele bestätigte erfahrung außer allen zweifel setzt daß diejenige gattung von liebe welche shaftsbury mit bestem recht zu einer art des enthusiasmus macht und gegen welche lucrez aus eben diesem grunde sich mit so vielem eifer erklärt solche wirkungen hervorbringe welche nicht besser als durch jenen petronischen ausdruck abgemalt werden können agathon und danae die uns zu dieser anmerkung anlaß gegeben haben hatten kaum vierzehn tage welche freilich nach dem kalender der liebe nur vierzehn augenblicke waren in jenem glückseligen wahnsinne worin wir sie im vorigen kapitel verlassen haben zugebracht als die besagte seelenmischung sich in einem solchen grade bei ihnen äußerte daß sie nur von einer einzigen gemeinschaftlichen seele belebt und begeistert zu werden schienen wirklich war die veränderung und der absatz ihrer gegenwärtigen art zu sein mit ihrer vorigen so groß daß weder alcibiades seine danae noch die priesterin zu delphi ihren unkörperlichen agathon wieder erkannt haben würden daß dieser aus einem spekulativen platoniker ein praktischer aristipp geworden daß er eine philosophie welche die reinste glückseligkeit in beschauung unsichtbarer schönheiten setzt gegen eine andre welche sie in angenehmen empfindungen und die angenehmen empfindungen in ihren nächsten quellen in der natur in unsern sinnen und in unserm herzen sucht vertauschte daß er von den göttern und halbgöttern mit denen er vorher umgegangen war nur die grazien und liebesgötter beibehielt daß dieser agathon der ehemals von seinen minuten von seinen augenblicken der weisheit rechenschaft geben konnte jetzt fähig war wir schämen uns es zu sagen ganze stunden ganze tage in zärtlicher trunkenheit wegzutändeln alles dieses so stark der abfall auch ist wird dennoch den meisten begreiflich scheinen aber daß danae welche die schönsten und edelsten von asien welche fürsten und satrapen zu ihren füßen gesehen hatte welche gewohnt war in den schimmerndsten versammlungen am meisten zu glänzen einen hof von allem was durch vorzüge der geburt des geistes des reichtums und der talente nach ihrem beifall zu streben würdig war um sich herzusehen daß diese danae jetzt verächtliche blicke in die große welt zurückwarf und nichts angenehmeres fand als die ländliche einfalt nichts schöneres als in hainen herumzuirren blumenkränze für ihren schäfer zu winden an einer murmelnden quelle in seinem arm einzuschlummern von der welt vergessen zu sein und die welt zu vergessen daß sie für welche die empfindsame liebe sonst ein unerschöpflicher gegenstand von witzigen spöttereien gewesen war von den zärtlichen klagen der nachtigall in still heiteren nächten bis zu tränen gerührt werden oder wenn sie ihren geliebten unter einer schattigen laube schlafend fand ganze stunden unbeweglich in zärtliches staunen und in den genuß ihrer empfindungen versenkt neben ihm sitzen konnte ohne daran zu denken ihn durch einen eigennützigen kuß aufzuwecken daß diese schülerin eines hippias welche gewohnt gewesen war nichts lächerlicher zu finden als die hoffnung der unsterblichkeit und diese süßen träume von bessern welten in welche sich empfindsame seelen so gerne zu wiegen pflegen daß sie jetzt beim dämmernden schein des monds an agathons seite lustwandelnd schon entkörpert zu sein schon in den seligen tälern elysiums zu schweben glaubte mitten aus den berauschenden freuden der liebe sich zu gedanken von gräbern und urnen verlieren dann ihren geliebten zärtlicher an ihre brust drückend den gestirnten himmel anschauen und ganze stunden von der wonne der unsterblichen von unvergänglichen schönheiten und himmlischen welten fantasieren konnte dies waren in der tat wunderwerke der liebe und wunderwerke welche nur die liebe eines agathons nur jene vermischung der seelen durch welche ihrer beider denkungsart ideen geschmacken und neigungen ineinander zerflossen zuwege bringen konnte welches von beiden bei dieser vermischung gewonnen oder verloren habe wollen wir den lesern zu entscheiden überlassen von denen der zärtlichere teil ohne zweifel der schönen danae den vorteil zu erkennen wird auch dieses deucht uns wird niemand so roh oder so stoisch sein zu leugnen daß sie glücklich waren felices erore suo glücklich in dieser süßen betörung welcher um dasjenige zu sein was die weisen schon so lange gesucht und nie gefunden haben nichts abgeht als daß sie wie der griechische autor hier abermal mit bedauern ausruft nicht immer wehren kann neuntes kapitel und ende von fünftes buch sechstes buch erstes kapitel von geschichte des agathon teil eins diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz sechstes buch fortsetzung der liebesgeschichte agathons und der schönen danae erstes kapitel danae erhält einen besuch von hippias zufällige ursachen hatten es so gefügt daß hippias sich auf einige wochen von smurna hatte entfernen müssen und daß die zeit seiner abwesenheit gerade in diejenige fiel worin die liebe unsers helden und der schönen danae den äußersten punkt ihrer höhe erreichte dieser umstand hatte sie gänzlich meister von einer zeit gelassen welche sie zum vorteil der liebe und des vergnügens so wohl anzuwenden wußten keinem von danaes ehemaligen verehrern wurde gestattet ihre einsamkeit zu stören und die freundinnen mit denen sie in gesellschaft gestanden hatten so viel mit ihren eigenen angelegenheiten zu tun daß sie sich wenig um die übrigen bekümmerten zudem war ihr aufenthalt auf dem lande nichts ungewöhnliches und der allgemeine genius der stadt smurna war der freiheit in der wahl der vergnügungen allzu günstig als daß eine danae von der man ohnehin nicht die strengste tugend forderte über die ihrigen wenn sie auch bekannt gewesen wären sehr harte urteile zu besorgen gehabt hätte allein hippias war kaum von seiner reise zurückgekommen so ließ er eine seiner ersten sorgen sein sich in eigner person nach dem fortgange des entwurfs zu erkundigen den er mit ihr zu bekehrung des allzu platonischen callias gemeinschaftlich angelegt hatte die besondere vertraulichkeit worin er seit mehr als zehn jahren mit ihr stand gab ihm das vorzügliche recht sie auch dann zu überraschen wenn sie sonst für niemand sichtbar war er eilte also sobald er nur konnte nach ihrem lande gute und hier brauchte er nur einen blick auf unsre liebenden zu werfen um zu sehen wie weit der besagte plan in seiner abwesenheit vorgerückt war ein gewisser zwang eine gewisse zurückhaltung eine art von schamhafter schüchternheit welche ihm besonders an der pflegetochter aspasiens beinahe lächerlich vorkam war das erste was ihm an beiden in die augen fiel wahre liebe wie man längst beobachtet hat ist ebenso sorgfältig ihre glückseligkeit zu verbergen als jene frostige welche koketterie oder langeweile zur mutter hat begierig ist ihre siege auszurufen allein dies war weder die einzige noch die vornehmste ursache einer zurückhaltung welche unsere liebenden aller angewandten mühe ungeachtet einem so scharfsichtigen beobachter nicht entziehen konnten das bewußtsein der verwandlung welche sie erlitten die furcht vor dem komischen ansehen so ihnen diese in den augen des sophisten geben möchte die furcht vor einem spotte dessen mutwillige ergießungen sie bei jedem blicke bei jedem lächeln erwarteten dies war es was sie in verlegenheit setzte und was den artigsten gesichtern in ganz ionien etwas verdrießliches gab welches von einem jeden andern als ihm für ein zeichen das seine gegenwart unangenehm sei hätte aufgenommen werden müssen hippias nahm es für das auf was es in der tat war und da niemand besser zu leben wußte so schien er so wenig zu bemerken was in ihnen vorging machte den unachtsamen und sorglosen so natürlich hatte so viel von seiner reise und tausend gleichgültigen dingen zu schwatzen wußte dem gespräch unvermerkt einen so freien schwung von munterkeit zu geben daß sie alle erforderliche zeit gewannen sich wieder zu erholen und in eine ungezwungene verfassung zu setzen wenn agathon hierdurch so sehr beruhiget wurde daß er wirklich hoffte sich in seinen ersten besorgnissen geirret zu haben so war hingegen die schlauere danae weit davon entfernt sich durch die kunstgriffe des sophisten verblenden zu lassen sie kannte ihn zu gut um nicht in seiner seele zu lesen sie sahe wohl daß es zu einer erörterung mit ihm kommen müsse und war nur darüber unruhig wie sie sich entschuldigen wollte über der bemühung den charakter agathons umzubilden ihren eignen oder doch einen guten teil davon verloren zu haben mit diesen gedanken hatte sie sich in den stunden der gewöhnlichen mittagsruhe beschäftiget und war noch nicht recht mit sich selbst einig wie weit sie sich dem sophisten vertrauen wolle als er in ihr zimmer trat und ihr mit der vertraulichen freimütigkeit eines alten freundes entdeckte daß es bloß die neugier über den fortgang ihres geheimen anschlags sei was ihn so bald nach seiner wiederkunft zu ihr gezogen habe die glückseligkeit des callias setzte er hinzu schimmert zu lebhaft aus seinen augen und aus seinem ganzen betragen hervor schöne danae als daß ich durch überflüssige fragstücke die reizende farbe dieser liebenswürdigen wangen zu erhöhen suchen sollte und findest du ihn also der mühe würdig die du auf seine bekehrung ohne zweifel verwenden mußtest der mühe sagte danae lächelnd ich schwöre dir daß mir in meinem leben keine mühe so leicht geworden ist als mich von dem liebenswürdigsten sterblichen den ich jemals gekannt habe lieben zu lassen denn dies war doch alle mühe nicht ganz und gar unterbrach sie hippias wenn du so aufrichtig sein willst als es unserer freundschaft gemäß ist ich bin gewiß daß er an keine verstellung dachte da er noch in meinem hause war und die veränderung die ich an ihm wahrnehme ist so groß verbreitet sich so sehr über seine ganze person hat ihn so unkenntlich gemacht daß danae selbst auf deren lippen die überredung wohnt mich nicht überreden soll daß eine solche seelenverwandlung im schlafe vorgehen könne keine zurückhaltungen schöne danae die wirkungen zeugen von ihren ursachen und ein großes werk setzt große anstalten voraus wenn ein kallias dahin gebracht wird daß er wie ein liebling der venus herausgeputzt ist daß er mit einer sybaritischen zunge von der niedlichkeit der speisen und dem geschmacke der weine urteilt daß er die wollüstigsten modulationen eines in liebe schmelzenden liedes mit entzücktem händeklatschen wiederholen heißt und sich die trinkschale von einem einer nymphe mit unverhüllten busen ebenso gleichgültig reichen läßt als er sich in die weichen polster eines persischen ruhbettes hineinsenkt wahrhaftig schöne danae dies nenn ich eine verwandlung deren bewerkstelligung zumal in so kurzer zeit ich keiner von allen unsterblichen göttinnen zugetraut hätte ich weiß nicht was du damit sagen willst erwiederte danae mit einer angenommenen zerstreuung mich deucht nichts natürlicher als das alles worüber du dich so verwundert stellst und gesetzt du hättest dich in deinem urteil von kallias betrogen ist es seine schuld die wahrheit zu sagen nichts kann unähnlicher sein als der kallias den du mir abschildertest und der den ich gefunden habe du machtest mich einen pedantischen toren den gegenstand einer komödie erwarten und ich du magst über mich lachen solange du willst aber ich wiederhol es alcibiades im frühling seiner jahre und reizungen war nicht liebenswürdiger als der mann den du mir für ein lächerliches mittelding von einem phantasten und von einer bildsäule gabst wenn eine verschiedenheit zwischen agathon und denen ist für welche ich ehmals aus dankbarkeit geschmack oder laune gefälligkeiten gehabt habe so ist sie gänzlich zu seinem vorteile so ist es daß er edler aufrichtiger zärtlicher ist daß er mich liebt da jene nur sich selbst in mir liebten dass ihn mein vergnügen glücklicher macht als sein eignis daß er das großmütigste und erkenntlichste herz mit den glänzendsten vorzügen des geistes und mit allem was den umgang reizend macht vereinigt besitzt welch ein strom von beredsamkeit rief hippias mit dem lächeln eines fauns du sprichst nicht anders als ob du seine apologie gegen mich machen müsstest und wann hab ich denn was anderes gesagt beschrieb ich ihn nicht als liebenswürdig sagt ich dir nicht daß er dir alle deine gaukelnden sommervögel unerträglich machen würde aber wir wollen uns nicht zanken schöne danae ich sehe daß amor hier mehr arbeit gemacht hat als ihm aufgetragen war er sollte dir nur helfen den agathon zu unterwerfen aber der übermütige kleine bube hat es für eine größere ehre gehalten dich selbst zu besiegen diese danae welche bisher mit seinen pfeilen nur gescherzt hatte bekenne danae ja fiel sie ihm lebhaft ein ich bekenne daß ich liebe wie ich nie geliebt habe daß alles was ich sonst glückseligkeit nannte kaum den namen des daseins verdient hat ich bekenne es hippias und ich bin stolz darauf daß ich mich fähig fühle alles was ich besitze alle ergötzlichkeiten von smyrna alle ansprüche an beifall alle befriedigungen der eitelkeit und eine ganze welt voll liebhaber wie eine nußschale hinzuwerfen um mit callias in einer strohhütte zu leben und mit diesen händen welche nicht zu weiß und zärtlich dazu sein sollten die milch zuzubereiten die ihm vom felde wieder kommend weil ich sie ihm reichte lieblicher schmecken würde als nektar aus den händen der liebesgöttin das ist was andres rief hippias der sich nun nicht länger halten konnte in ein lautes gelächter auszubrechen wenn Danae aus diesem tone spricht so hat hippias nichts mehr zu sagen aber fuhr er fort nachdem er sich die augen gewischt und den mund in falten gelegt hatte in der tat schöne freundin ich lache zur unzeit die sache ist ernsthafter als ich beim ersten anblick dachte und ich besorge nun in ganzem ernste daß callias so sehr er dich anzubeten scheint nicht liebe genug haben möchte die deinige zu erwiedern ich erlasse dem hippias diese sorge sagte danae mit einem spöttischen lächeln welches ihr ungemein reizend ließ dies soll meine sorge sein mich deucht hippias der ein so großer meister ist von den wirkungen auf die ursachen zu schließen sollte ganz ruhig darüber sein können daß danae sich nicht wie ein vierzehnjähriges mädchen fangen läßt die götter der liebe und freude verhüten daß meine worte einen übel weissagenden sinn in sich fassen erwiderte hippias du liebest schöne danae du wirst geliebt kein würdigeres paar glücklich zu sein kein geschickteres sich glücklich zu machen hat amor je vereiniget erschöpft alles was die liebe reizendes hat trinket immer neue entzückungen aus ihrem nektarischen becher und möge die neidenswerte bezauberung so lang als euer leben dauern sechstes buch zweites kapitel von geschichte des agathon teil eins diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz sechstes buch zweites kapitel eine probe von den talenten eines liebenden in einem so freundschaftlichen und schwärmerischen ton stimmte der gefällige sophist seine sprache um als agathon hereintrat um ihnen einen spaziergang in die gärten vorzuschlagen worin er sich das vergnügen machen wollte sie mit einer ingeheim veranstalteten ergötzung zu überraschen man ließ sich den vorschlag gefallen und nachdem hippias eine reihe von neuen gemälden womit die galerie vermehrt worden war besehen hatte stieg man in den garten hinab wo in persischem geschmack große blumenstücke spaziergänge von hohen bäumen kleine teiche künstliche wildnisse lauben und grotten in anmutiger unordnung unter einander geworfen schienen das gespräch ward itzt wieder gleichgültig und hippias wußte es so zu lenken das agathon unvermerkt veranlasst wurde die neue richtung welche seine einbildungskraft bekommen hatte auf hundertfältige art zu verraten inzwischen neigte sich die sonne als sie beim eintritt in einen kleinen wald von myrten und zitronenbäumen von einem versteckten konzert welches alle arten der singvögel nachahmte empfangen wurden aus jedem zweig aus jedem blatte schien eine besondere stimme hervorzudringen so volltönig war diese musik die durch nachahmung der kunstlosen natur in der scheinbaren unregelmäßigkeit fantasierender töne die lieblichste harmonie hervorbrachte die man jemals gehört hatte die dämmerung des heitersten abends und die eigne anmut des orts vereinigten sich damit diesem lustheine die gestalt der bezauberung zu geben danae welche seit wenigen wochen eine ganz neue empfindlichkeit für das schöne der natur und die vergnügungen der einbildungskraft bekommen hatte sah ihren sich ganz unwissend stellenden liebling mit augen an welche ihm sagten daß nur die gegenwart des hippias sie verhindere ihre schönen arme um seinen hals zu werfen in dem hüpfte unversehens eine anzahl von kleinen liebesgöttern und faunen aus dem hain hervor jene von flatterndem mit nachgeahmten rosen durchwebtem silberflor leicht bekleidet diese nackend außer daß ein efeukranz mit gelben rosen durchflörten ihre milchweißen hüften schürzte und um die kleinen vergoldeten hörner sich wand die aus ihren schwarzen kurzlockichten haaren hervorstachen alle diese kleinen geniusse streuten aus zierlichen körbchen von silberdraht die schönsten blumen vor danae her und führten sie tanzend in die mitte des wäldschens wo gebüsche von chasminen rosen und akazien eine art von halbzirkelndem amphitheater bildeten unter welchem ein zierlicher thron von laubwerk und blumenkränzen für die schöne danae bereitet stand nachdem sie sich hier gesetzt hatte bereiteten die liebesgötter einen persischen teppich vor ihr aus indem von den kleinen faunen einige beschäftigt waren den boden mit goldenen und kristallenen trinkschalen von den schönsten formen zu besetzen andere unter der last voller schläuche mit possierlichen gebärden herbeigekrochen kamen und im vorbeigehen den weisen hippias durch hundert mutwillige spiele neckten auf einmal schlüpften die grazien hinter einer myrtenhecke hervor drei jugendliche schwestern deren halb aufgeblühte schönheit ein leichtes gewölke von seitenem flor mehr zu entwickeln als zu verhüllen eifersüchtig schien sie umgaben ihre gebieterin und indem die erste einen frischen blumenkranz um ihre schöne stirn wand reichten ihr die beiden andern knieend in goldnen schalen die auserlesensten früchte und erfrischungen dar während das die faunen den hippias mit efeu kränzten und wohlriechende salben über seine glatze und halbgrauen bart heruntergossen beide bezeigten ihr vergnügen über dieses kleine schauspiel welche das lachendste gemälde von der welt machte als eine zärtliche symphonie von flöten aus der luft wie es schien herabtönend die augen zu einer neuen erscheinung aufmerksam machte die liebesgötter die faunen und die grazien waren verschwunden und es öffnete sich der danae gegenüber die waldichte zähne um auf einem goldnen gewölke welches über den rosenbüschen von cephyren empor gehalten wurde den liebesgott darzustellen ein schalkhaftes lächeln das sein liebliches gesicht umscherzte schien die herzen zu warnen sich von der tändelnden unschuld dieses schönen götterknaben nicht berücken zu lassen er sang mit der lieblichsten stimme und der inhalt seines gesangs drückte seine freude aus daß er endlich gelegenheit gefunden habe sich an der schönen danae zu rächen gleich der liebesgottin meiner mutter so sang er herrscht sie unumschränkt über die herzen und atmet allgemeine liebe umher von ihren blicken beseelt wendet sich ihr die natur als ihrer göttin zu verschönert wenn sie lächelt traurig und welkend wenn sie sich von ihr kehrt verlassen stehen die altäre zu paphos die seufzer der liebenden wallen nur ihr entgegen und indem ihre siegreichen augen rings um sie her jedes herz verwunden und entzücken lacht sie die stolze meiner pfeile und trotzt mit unbezwungener brust der macht vor welcher götter zittern aber nicht länger soll sie trotzen hier ist der schärfste pfeil scharf genug einen busen von marmor zu spalten und die kälteste seele in liebesflammen hinzuschmelzen zittre ungewahrsam schöne dieser augenblick soll amorn und seine mutter rächen tief seufzend sollst du auffahren wie ein junges reh aufhört wenn es unter rosen schlummernd den geflügelten pfeil des jägers fühlt schmerzenvoll und trostlos sollst du in einsamen heinen irren und auf öden felsen sitzend den schleichenden bach mit deinen tränen mehren so sang er und spannte boshaft lächelnd den bogen schon war der pfeil angelegt schon zielte er nach ihrem busen aber plötzlich fuhr er mit einem lauten schrei zurück zerbrach seinen pfeil warf den bogen von sich und flatterte mit zärtlich schüchterner gebärde auf die schöne danae zu o göttin vergib sang er indem er bittend ihre knie umfasste vergib vergib schöne mutter dem irrtum meiner augen wie leicht war es zu irren ich sahe dich für danae an in dem nämlichen augenblick da er dies gesungen hatte erschienen die grazien die liebesgötter und die kleinen faunen wieder um die zähne mit tänzen und gesängen zum preis der schönen zu endigen welche auf eine so schmeichelhafte art zur göttin der liebe erklärt worden war dieses überraschende compliment welches damals noch den reiz der neuheit hatte schien ihr vergnügen zu machen und der doppelt belustigte hippias gestand daß sein junger freund einen sehr guten gebrauch von seiner einbildungskraft zu machen gelernt habe dachte ich nicht kallias sagte er leise zu ihm indem er ihn auf die schultern klopfte dass ein monat unter den augen der schönen danae dich von den vorurteilen heilen würde womit du gegen meine grundsätze eingenommen warst ich sehe du hast sie bereits meisterhaft ausüben gelernt der übrige teil des abends wurde auf eine eben so angenehme weise zugebracht bis endlich hippias welcher den folgenden morgen wieder in smyrna sein mußte in einem zustande worin er mehr dem vater silen als einem weisen glich von den kleinen faunen zu bette gebracht wurde agathon hat nun nichts dringenderes als von danae zu erfahren was der gegenstand ihrer einzelnen unterredung mit dem hippias gewesen sei man wird es dieser schönen zu gut halten können daß sie die aufrichtigkeit ihres berichts nicht so weit trieb ihm das verständnis zu entdecken worin sie sich von dem sophisten anfangs hatte ziehen lassen und dessen ausgang sich so weit von der anlage des ersten plans entfernt hatte die zärtlichste und vertrauteste liebe verhindert nicht dass man sich nicht kleine geheimnisse vorbehalten sollte bei deren entdeckung die eigenliebe zu viel verlieren würde sie begnügte sich also ihm zu sagen daß hippias viel gutes von ihm gesprochen und versichert habe daß er ihn weit aufgeweckter und artiger finde als er vorher gewesen es hätte sie bedünkt daß er mehr damit habe sagen wollen als seine worte an sich selbst gesagt hätten sie hätte aber ebenso wenig daran gedacht ihn zum vertrauten ihrer liebe zu machen als sie ursache fände eine achtung zu verbergen welche man den persönlichen verdiensten des kalias nicht versagen könne übrigens hätte sie die munterkeit unsers helden der zeit welche das andenken seiner unglücksfälle schwäche und der vollkommenern freiheit die er in ihrem hause genösse beigemessen Agathon ließ sich durch diese erzählung nicht nur beruhigen sondern wie seine einbildungskraft gewohnt war ihn immer weiter zu führen als er im sinne hatte zu gehen so fühlte er sich nachdem sie eine zeitlang von dieser sache gesprochen hatte so mutig daß er sich vornahm den scherzen des hippias wofern es demselben jemals einfallen sollte über seine freundschaft mit danaen zu scherzen in gleichem tone zu antworten eine entschließung welche ob er es gleich nicht gewahr wurde in der tat mehr unverschämtheit voraussetzte als ein viel längerer fortgang auf den abwegen auf die er verirrt war einem Agathon hätte geben sollen sechstes buch drittes kapitel von geschichte des agathon teil eins diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz sechstes buch drittes kapitel zückende bewegungen der wiederauflebenden tugend wenige tage waren seit dem besuch des hippias verflossen als ein fest welches dieser alle jahre anzustellen pflegte ihm gelegenheit gab der schönen danae und ihrem freunde eine einladung zuzusenden weil sie keinen guten vorwand hatten sich zu entschuldigen so erschienen sie auf den bestimmten tag und agathon brachte eine lebhaftigkeit mit welche ihm selbst hoffnung machte daß er sich so gut halten würde als es die anfälle die er von der schalkhaftigkeit des sufisten erwartete nur immer erfordern könnten hippias hatte nichts vergessen was die pracht seines festes vermehren konnte und nach demjenigen was wir im zweiten buche von den grundsätzen der lebensart und den reichtümern dieses mannes gemeldet haben können unsre leser sich so viel davon einbilden als sie wollen ohne zu besorgen daß wir sie durch überflüssige beschreibung von den wichtigern gegenständen die unsre aufmerksamkeit fordern zurückhalten werden agathon hatte über der tafel die rolle eines witzigen kopfes sehr gut gespielt er hatte so fein und so lebhaft gescherzt und bei vielen gelegenheiten die vorstellungen wovon seine seele damals beherrscht wurde so deutlich verraten daß hippias sich nicht enthalten konnte ihm in einem augenblick wo sie allein waren seine ganze freude darüber auszudrücken ich bin erfreut kallias sagte er zu ihm daß du wie ich sehe einer der unsrigen geworden bist du rechtfertigest die gute meinung vollkommen die ich beim ersten anblick von dir fasste ich sagte immer daß einer so feurigen seele wie die deinige nur wirkliche gegenstände mangelten um ohne mühe von den chimären zurückzukommen woran du vor einigen wochen noch so stark zu hängen schienest zum glück für den guten agathon rettete ihn die dazwischenkunft einiger personen von der gesellschaft mitten in der antwort die er zu stottern angefangen hatte aber aus der unruhe welche diese wenigen worte des sophisten in sein gemüt geworfen hatten konnte ihn nichts retten alle mühe die er anwandte alle zeitkürzungen wovon er sich umgeben sah waren zu schwach ihn aus einer verwirrung herauszuziehen welche sogar durch den anblick der schönen danae vermehrt wurde er musste sich unter dem vorwand einer kleinen übelkeit aus der gesellschaft wegbegeben um in einem entlegnen kabinette den gedanken nachzuhängen deren auf einmal daherstürmende menge ihm eine zeit lang alles vermögen benahm einen von dem andern zu unterscheiden endlich faßte er sich doch so weit daß er seinem beklemmten herzen durch folgendes oft abgebrochenes selbstgespräch luft machen konnte ich bin erfreut daß du einer von den unsrigen geworden sagte er ist's möglich einer von den seinigen dem hippias ähnlich ihm dessen grundsätze dessen leben dessen vermeinte weisheit mir vor kurzen noch so viel abscheu einflößten und die verwandlung ist so groß daß sie ihm keinen zweifel übrig läßt gütige götter was ist aus eurem agathon geworden ach es ist mehr als zu gewiß daß ich nicht mehr ich selbst bin wie sind mir nicht alle gegenstände dieses hauses von denen meine seele sich ehemals mit ekel und grauen wegwandte gleichgültig oder gar angenehm geworden diese üppigen gemälde diese schlüpfrigen nymphen diese gespräche worin alles was dem menschen groß und ehrwürdig sein soll in ein komisches licht gestellt wird diese verschwendung der zeit diese mühsam ausgesonnenen und über die forderung der natur getriebenen ergötzungen himmel wo bin ich an was für einem jähen abhang finde ich mich selbst welch ein abgrund unter mir o danae danae hier hielt er ein um den trostvollen einflüssen raum zu lassen welche dieser name und die zauberischen bilder die damit verbunden waren über seine sich selbst quälende seele ausbreiteten mit einem schleunigen übergang von schwermut zu entzückung durchflog sie jetzt alle diese szenen von liebe und glückseligkeit welche ihr die letztverflossenen tage zu augenblicken gemacht hatten und von diesen erinnerungen mit einer innigen wollust durchströmt konnte sie oder wollte sie vielmehr den gedanken nicht ertragen daß sie in einem so beneidenswürdigen zustand unter sich selbst herunter gesunken sein könne göttliche danae rief der arme kranke in einem verdoppelten anstoß des wiederkehrenden taumels aus könnte es ein verbrechen sein das vollkommenste unter allen geschöpfen zu lieben ein verbrechen glücklich zu sein in diesem tone fuhr amor welchen plato sehr richtig den größten unter allen sofisten nennt desto ungehinderter fort ihm zuzureden da ihm die eigenliebe zu hülfe kam und seine sache zu der ihrigen machte denn was ist unangenehmer als sich selbst zugleich anklagen und verurteilen müssen und wie gern hören wir die stimme der sich selbst verteidigenden leidenschaft wie gründlich finden wir jedes blendwerk womit sie die richterliche vernunft zu einem falschen ausspruch zu verleiten sucht agathon hörte diese betrügliche schutzrednerin so gern daß es ihr gelang sein gemüt wieder zu besänftigen er schmeichelte sich ungeachtet einer veränderung seiner denkungsart die er sich selbst für eine verbesserung zu geben suchte den unterschied zwischen ihm und hippias noch so groß so wesentlich zu finden als jemals er verbarg seine schwache seite hinter die tugenden deren er sich bewusst zu sein glaubte und beruhigte sich endlich völlig mit einem idealischen entwurf eines seinen eigenen grundsätzen gemäßen lebens zu welchem er seine geliebte danae schon genug vorbereitet glaubte um ihr selbigen ohne längeren aufschub vorzulegen er kehrte nun mit einem so aufgeheiterten gesichte zur gesellschaft zurück dass danae und hippias selbst sich leicht bereden ließen seinen vorigen anstoß einer vorübergehenden übelkeit zuzuschreiben ergötzlichkeiten folgten jetzt auf ergötzlichkeiten so dicht aneinander und so mannigfaltig daß die überladene seele keine zeit behielt sich rechenschaft von ihren empfindungen zu geben und in diesen brausenden vergnügungen wurde die ganze nacht bis zum anbruch der morgenröte hingebracht die gegenwart der liebenswürdigen danae wirkte mit ihrer ganzen zauberkraft auf unsern helden ohne verhindern zu können dass er von zeit zu zeit in eine zerstreuung fiel aus welcher sie ihn sobald sie es gewahr wurde zu ziehen bemüht war die gegenstände welche seinen sittlichen geschmack ehemals beleidiget hatten waren hier zu häufig als daß nicht mitten unter den flüchtigen vergnügungen womit sie gleichsam über die oberfläche seiner seele hin glitscheten ein geheimes gefühl seine erniedrigung seine wangen mit schamröte vor sich selbst dem vorläufer der wiederkehrenden tugend hätte überziehen sollen dieses begegnete in sonderheit bei einem pantomimischen tanze womit hippias seine größtenteils von wein glühenden gäste noch eine geraume zeit nach mitternacht vom einschlummern abzuhalten suchte die tänzerin ein reizendes mädchen welches ungeachtet seiner jugend schon lange in den geheimnissen von cytere eingeweiht war tanzte die fabel der leder dieses berüchtigte meisterstück der ebenso vollkommenen als üppigen tanzkunst der alten dessen wirkungen in einer von seinen satyren mit zügen schildert welche mehr der stärke als der sittsamkeit wegen merkwürdig sind hippias und die meisten seiner gäste bezeigten ein unmäßiges vergnügen über die art wie seine tänzerin diese schlüpfrige geschichte nach der wollüstigen modulation zweier flöten durch die stumme sprache der bewegung von zähne zu zähne bis zur entwicklung fortzuwinden wußte zeuxis und homer selbst riefen sie könnte nicht besser nicht deutlicher mit farben oder worten als die tänzerin durch ihre bewegungen malen die frauenzimmer glaubten genug getan zu haben da sie auf dieses schauspiel nicht acht zu geben schienen aber agathon konnte den widrigen eindruck den es auf ihn machte nur mit mühe in sich selbst verschließen er wollte eben etwas sagen welches in einer solchen gesellschaft keinen großen effekt hätte tun können als ein beschämter blick auf sich selbst und vielleicht die furcht den ausgelassenen hippias zu einer allzu scharfen rache zu reizen seine rede auf seinen lippen erstickte und weil doch die ersten worte einmal gesprochen waren den vorgehabten tadel in einen gezwungenen beifall verwandelte er hatte nun keine ruhe bis er die schöne danae bewog sich mit ihm und einer von ihren freundinnen aus einer gesellschaft davon zu schleichen aus welcher die grazien schamrot weggeflohen waren und sein unwille ergoss sich während dass sie nach hause zurückkehrten in eine scharfe beurteilung des verdorbenen geschmacks der sophisten die so lange dauerte bis sie bei anbruch des tages wieder auf dem landhause der danae anlangten um die von ergötzungen abgemattete natur durch ruhe und schlummer wieder herzustellen sechstes buch viertes kapitel sechstes buch viertes kapitel ein traum die stoiker dieser strenge moralische orden dessen abgang wir mit dem vortrefflichen montesquieu einen verlust für das menschliche geschlecht zu nennen versucht sind hatten unter andern sonderlichkeiten eine große meinung von der natur und bestimmung der träume sie trieben es so weit daß sie sich die mühe gaben ebenso große bücher über diese materie zu schreiben als diejenigen womit die gelehrte welt noch in unsern tagen von einigen weisen mönchen über die erhabene kunst die gespenster zu prüfen und zu bannen beschenkt worden ist sie teilten die träume in mancherlei gattungen und arten ein wiesen ihnen ihre geheimen bedeutungen an gaben den schlüssel dazu und trugen kein bedenken einige arten derselben ganz zuversichtlich dem einfluss derjenigen geister zuzuschreiben womit sie alle teile der natur bevölkert hatten in der tat scheinen sie sich in diesem stücke lediglich nach einem allgemeinen glauben der sich von jeher unter allen völkern und zeiten erhalten hat gerichtet und dasjenige in die form einer gelehrten theorie gebracht zu haben was bei ihren großmüttern ein sehr unsicheres gemische von tradition einbildung und blödigkeit des geistes gewesen sein mochte dem sei nun wie ihm wolle so ist doch schwerlich zu leugnen daß wir zuweilen träume haben in welchen so viel zusammenhang so viel beziehung auf unsere vergangenen und gegenwärtigen umstände wiewohl alle zeit mit einem kleinen zusatz von wunderbarem und unbegreiflichem anzutreffen ist daß wir uns um jener merkmale der wahrheit willen geneigt finden in diesen letztern etwas geheimnisvolles und vorbedeutendes zu suchen träume von dieser art den geistern außer uns oder wie die pythagoreer taten einer gewissen prophetischen kraft oder divination unserer seele welche unter dem tiefen schlummer der sinne bessere freiheit haben sich zu entwickeln mit entscheidender gewissheit beizumessen überlassen wir denjenigen welche zum besitz jener von lucretes so enthusiastisch gepriesenen glückseligkeit die ursachen der dinge einzusehen in einem vollen maße gelangt sind als wir indessen haben wir uns doch zum gesetze gemacht den guten rat unsrer großmütter und tanten nicht zu verachten welche uns da wir noch das glück ihrer einsichtsvollen erziehung genossen unter anführung einer langen reihe von familienbeispielen ernstlich zu vermahnen pflegten die warnungen und fingerzeige der träume ja nicht für gleichgültig anzusehen agathon hatte diesen morgen nachdem er in einer verwirrung von uneinigen gedanken und gemütsbewegungen endlich eingeschlummert war einen traum den man mit einigem rechte zu den kleinen ursachen zählen kann durch welche große begebenheiten hervorgebracht worden sind wir wollen ihn erzählen wie wir ihn in unserer urkunde finden und dem leser überlassen was er davon urteilen will ihn deuchte daß er in einer gesellschaft von nymphen und liebesgöttern auf einer anmutigen ebene sich erlustige danae war unter ihnen mit zauberischem lächeln reichte sie ihm wie ariadne ihrem bacchus eine schale voll nektars welchen er an ihren blicken hangend mit wollüstigen zügen hinunterschlürfte auf einmal fing alles um ihn her zu tanzen an er tanzte mit ein nebel von süßen düften schien ringsum die wahre gestalt der dinge zu verhüllen tausend liebliche gestalten wie seifenblasen ebenso schnell zerflossen als entstanden gaukelten vor seiner stirne in diesem taumel hüpfte er eine zeitlang fort bis auf einmal der nebel und seine ganze fröhliche gesellschaft verschwand ihm war als ob er aus einem tiefen schlaf erwachte und da er die augen aufschlug sah er sich an der spitze eines jähen felsen unter welchem ein reißender strom seine beschäumten wellen fortwälzte gegen ihm über auf dem andern ufer des flusses stand psyche ein schneeweißes gewand floß zu ihren füßen herab ganz einsam und traurig stand sie und heftete blicke auf ihn die ihm das herz durchbohrten ohne sich einen augenblick zu besinnen stürzte er sich in den fluß hinab arbeitete sich ans andre ufer hinüber und eilte seiner psyche zu füßen sich zu werfen aber sie entschlüpfte ihm wie ein schatten er strebte ihr mit ausgebreiteten armen nach vergebens es war ihm unmöglich den kleinen zwischenraum zurückzulegen der ihn von ihr trennte noch immer heftete sie ihre blicke auf ihn ernste traurigkeit sprach aus ihrem gesicht und ihre rechte hand wies in die ferne wo er die goldnen türme und die heiligen haine des delphischen tempels ganz deutlich zu unterscheiden glaubte tränen stürzten bei diesem anblick über seine wangen herab er streckte seine arme flehend und von unaussprechlichen empfindungen beklemmt nach der geliebten psyche aus aber sie floh eilends von ihm weg einer bildsäule der tugend zu die unter den trümmern eines verfallenen tempels einsam und unversehrt in majestätischer ruhe auf einem unbeweglichen kubus stand sie umarmte diese bildsäule warf noch einen tiefsinnigen blick auf ihn und verschwand in unbeschreiblicher angst wollte er ihr nacheilen als er sich plötzlich in einem tiefen schlamme versenket sah und die bestrebung die er anwendete sich herauszuarbeiten war so heftig daß er davon erwachte ein strom von tränen in welchen sein berstendes herz ausbrach war die erste wirkung des tiefen eindrucks den dieser sonderbare traum in seiner erwarten aber noch ganz von ihren gesichten umgebenen seele zurückließ er weinte so lange und so heftig daß sein hauptkissen ganz davon durchnetzt wurde ach psyche psyche rief er von zeit zu zeit aus indem er seine gerungenen arme wie nach ihrem bilde ausstreckte und dann brach eine neue flut aus seinen schwellenden augen wo bin ich rief er wieder aus und sah sich um als ob er bestürzt wäre sich in einem von persischen tapeten schimmernden gemach auf dem weichsten ruhebette liegend zu finden o psyche was ist aus deinem agathon geworden o unglücklicher tag an welchem mich die verhassten räuber deinem arm entrissen unter solchen vorstellungen und ausrufungen stand er auf ging in heftiger bewegung auf und nieder warf sich aber mal auf das ruhebette und blieb eine lange zeit stumm und mit zu bodenstarrenden blicken unbeweglich in gedanken verloren sitzen endlich raffte er sich wieder auf kleidete sich an und stieg in die gärten hinab um in dem einsamsten teile des hains die ruhe zu suchen die er nötig hatte um über seinen traum seinen gegenwärtigen zustand und die entschließungen die er zu fassen habe nachdenken zu können unter allen bildern welche der traum in seinem gemüte zurück gelassen hatte rührte ihn keines lebhafter als die vorstellung der psyche wie sie mit ernstem gesicht auf den tempel und die haine von delphi wies diese geheiligten arter wo sie einander zuerst gesehen wo sie so oft sich eine ewige liebe geschworen wo sie so rein so tugendhaft sich geliebt hatten wie sich im hohen olymp die unverkörperten lieben diese bilder hatten etwas so rührendes der schmerz womit sie ihn durchdrangen wurde durch die lebhaftesten erinnerungen seiner ehemaligen glückseligkeit so sanft gemildert daß er eine art von wollust darin empfand sich der trauernden wehmut zu überlassen die sie über sein gemüt verbreiteten er verglich seinen jetzigen zustand mit jener seligen stille des herzens jener immer lächelnden heiterkeit jenen sanften unschuldvollen freuden zu welchen unsterbliche zuschauer ihren beifall gegeben hatten und indem er unvermerkt anstatt die vergleichung unparteiisch fortzusetzen sich dem laufe seiner einbildungskraft überließ deuchte ihn nicht anders als ob seine seele nach jener elysischen ruhe wie nach ihrem angebornen elemente sich zurücksehne wenn es auch schwärmereien waren rief er seufzend aus wenn es auch bloße träume waren in die mein halb abgeschiedner halb vergötterter geist sich wiegte welch eine selige schwärmerei und wieviel glücklicher machten mich diese träume als alle die rauschenden freuden welche die sinnen in einem wirbel von wollust dahin reißen und wenn sie vorüber sind nichts als beschämung und reue und ein schwermütiges leeres in der unbefriedigten seele zurücklassen vielleicht werden unsere leser aus demjenigen was damals in dem gemüte unsers helden vorging sich viel gutes für seine wiederkehr zur tugend weis sagen aber mit bedauern müssen wir gestehen daß sich eine andere seele in seinem inwendigen erhob welche diese guten regungen in kurzem wieder unkräftig machte es sei nun daß es die stimme der natur oder der leidenschaft war oder daß beide sich vereinigten ihn ohne abbruch seiner eigenliebe wieder mit sich selbst und dem gegenwärtigen auszusöhnen in der tat war es bei der lebhaftigkeit welche alle ideen und gemütsbewegungen dieses sonderbaren menschen bezeichnete kaum möglich dass der überspannte affekt worin wir ihn gesehen haben von langer dauer hätte sein können die stärke seiner empfindungen rieb sich an sich selbst ab seine einbildungskraft pflegte in solchen fällen so lange in geradem laufe fortzuschießen bis sie sich genötiget fand wieder umzukehren er fing nun an sich zu überreden daß mehr schwärmerei als wahrheit und vernunft in seiner betrübnis sei er glaubte bei näherer vergleichung zu finden daß seine leidenschaft für danae durch die vollkommenheit des gegenstandes gänzlich gerechtfertiget werde so vorzüglich ihm kurz zuvor die glückseligkeit seines delphischen lebens und die unschuldigen freuden der ersten noch unerfahrenen liebe geschienen hatten so unwesentlich fand er sie jetzt in vergleichung mit demjenigen was ihn die schöne danae in ihren armen hatte erfahren lassen das bloße andenken daran setzte sein blut in feuer und seine seele in entzücken seine angestrengteste einbildung erlag unter dem bestreben eine vollkommnere wonne zu empfinden psyche schien ihm jetzt so liebenswürdig sie immer sein mochte zu nichts anderm bestimmt gewesen zu sein als die empfindlichkeit seines herzens zu entwickeln um ihn fähig zu machen die vorzüge der unvergleichlichen danae zu empfinden er schrieb es einem rückfall in seine ehemalige schwärmerei zu dass er durch einen traum welchen er bei aller seiner wunderbaren beschaffenheit doch für nichts mehr als ein spiel der fantasie halten konnte sich in so heftige bewegungen hatte setzen lassen das einzige was ihn noch beunruhigte war der vorwurf der untreue gegen seine einst so zärtlich geliebte und so zärtlich wieder liebende psyche allein die unmöglichkeit von der unwiderstehlichen danae nicht überwunden zu werden ein punkt wovon er so vollkommen als von seinem eignen dasein überzeugt zu sein glaubte und der verlust aller hoffnung psychen jemals wieder zu finden welchen er ohne genauere untersuchung für ausgemacht annahm schien ihm gegen diesen vorwurf von großem gewicht zu sein um sich desselben gänzlich zu entledigen geriet er endlich gar auf den gedanken dass seine verbindung mit psychen mehr die liebe eines bruders zu einer schwester eine bloße liebe der seelen als dasjenige gewesen sei was im eigentlichen sinn liebe genannt werden sollte eine entdeckung die ihm bei vergleichung der symptomen beider arten von liebe unwidersprechlich zu sein deuchte diese vorstellungen stiegen nach und nach zumal an einem orte wo jede schattischte laube jede blumenbank jede grotte ein zeuge genossener glückseligkeiten war zu einer solchen lebhaftigkeit daß sie eine art von ruhe in seinem gemüte wiederherstellten wenn anders die verblendung eines kranken der in der hitze seines fiebers gesund zu sein wähnt diesen namen verdienen kann doch verhinderten sie nicht daß diesen ganzen tag über ein eindruck von schwermut in seiner seele zurückblieb die bilder der psyche und der tugend welche er so lange gewohnt gewesen war zu vermengen stellten sich immer wieder vor seine augen umsonst suchte er sie durch zerstreuungen zu entfernen sie überraschten ihn in seinen arbeiten und beunruhigten ihn in seinen ergötzungen er suchte ihnen auszuweichen der unglückliche und wurde nicht gewahr dass eben dies ein vollständiger beweis war dass es nicht so richtig mit ihm stand als er sich selbst zu überreden suchte sechstes buch fünftes kapitel ein starker schritt zu einer katastrophe danae liebte zu zärtlich als daß ihr der stille kummer der eine wiewohl anmutige düsternheit über das schöne gesicht unsers helden ausbreitete hätte unbemerkt bleiben können aber aus eben diesem grunde war sie zu schüchtern ihn voreilig um die ursache einer so unerwarteten veränderung zu befragen es war leicht zu sehen daß sein herz leiden müsse aber mit aller scharfsichtigkeit welche den augen der liebe eigen ist konnte sie doch nicht mit sich selbst einig werden was die ursache davon sein könne ihr erster gedanke war vielleicht könnte ihm ein zu weit getriebener scherz des boshaften hippias anstößig gewesen sein allein auch das ärgste was hippias gesagt haben konnte schien ihr nicht genugsam eine so tiefe wunde zu machen als sie in seinem herzen zu sehen glaubte der vorteil ihres eignen brachte sie bald auf einen andern gedanken dessen sie vermutlich nicht fähig gewesen wäre wofern ihre liebe nicht die eitelkeit überwogen hätte welche sagt man bei den meisten schönen die wahre quelle dessen ist was sie uns für liebe geben wie wenn seine liebe zu erkalten anfinge sagte sie zu sich selbst erkalten himmel wenn dies möglich ist so werde ich bald gar nicht mehr geliebt sein dieser gedanke war für ein völlig eingenommenes herz zu schrecklich als daß sie ihn sogleich hätte verbannen können wie bescheiden macht die wahre liebe sie welche gewohnt gewesen war in allen augen die siege ihrer reizungen zu sehen sie die unter den vollkommensten ihres geschlechts nicht eine kannte von der sie jemals in dem süßen bewußtsein ihrer vorzüglichkeit nur einen augenblick gestört worden wäre mit einem worte danae fing an mit zittern sich selbst zu fragen ob sie auch liebenswürdig genug sei das herz eines so außerordentlichen mannes in ihren fesseln zu behalten und wenn gleich die eigenliebe sie von seiten ihres persönlichen wertes beruhigte so war sie doch nicht ohne sorgen dass in ihrem betragen etwas gewesen sein möchte wodurch das sonderbare in seiner denkungsart oder die zartheit seines gefühls hätte beleidiget werden können hatte sie ihm nicht zu viel beweise von ihrer liebe gegeben hätte sie ihm seinen sieg nicht schwerer machen sollen war es sicher ihn die ganze stärke ihrer leidenschaft sehen zu lassen und sich wegen der erhaltung seines herzens allein auf die gänzliche dahingebung des ihrigen zu verlassen diese fragen waren weder spitzfindig noch so leicht zu beantworten als manches gute ding sich einbildet dem man eine ewige liebe geschworen hat und dessen geringster kummer nun ist ob man ihr werde wort halten können oder nicht die schöne danae kannte die wichtigkeit dieser frage in ihrem ganzen umfange und alles was sie sich selbst darüber sagen konnte stellte sie doch nicht so zufrieden dass sie nicht für nötig befunden hätte einen gelegenen augenblick zu belauschen um sich über alle ihre zweifel ins klare zu setzen im übrigen sehr überzeugt daß es ihr nicht an mitteln fehlen werde dem entdeckten übel zu helfen es möchte nun auch bestehen worin es immer wolle agathon ermangelte nicht ihr noch an dem nämlichen tage gelegenheit dazu zu geben schwermut und traurigkeit machen die seele nach und nach schlaff weichmütig und mehr als gewöhnlich zu zärtlichen eindrücken und regungen aufgelegt dieser satz ist so wahr daß tausend liebesverbindungen in der welt keinen andern ursprung haben ein liebhaber verliert einen gegenstand den er anbetet er ergießt seine klagen in den busen einer freundin für deren reizungen er bisher vollkommen gleichgültig gewesen war sie bedauert ihn er findet sich dadurch erleichtert daß er frei und ungehindert klagen kann die schöne ist erfreut daß sie gelegenheit hat ihr gutes herz zu zeigen ihr mitleiden rührt ihn erregt seine aufmerksamkeit sobald eine frauensperson zu interessieren anfängt sobald entdeckt man reizungen an ihr die reizungen worin itzt beide sich befinden sind der liebe günstig sie verschönern die freundin und blenden die augen des freundes überdies sucht der schmerz natürlicherweise zerstreuung und ist geneigt sich an alles zu hängen was ihm trost und linderung verspricht eine dunkle ahnung neuer vergnügungen der anblick eines gegenstandes der solche geben kann die günstige gemütsstellung worin man denselben sieht auf der einen die eitelkeit diese große triebfeder des weiblichen herzens das vergnügen sozusagen über eine nebenbuhlerin zu siegen indem man liebenswürdig genug ist den verlust des gegenstandes einer großen leidenschaft zu ersetzen die begierde das andenken desselben auszulöschen vielleicht auch die gutartigkeit der menschlichen natur und das vergnügen glücklich zu machen auf der andern seite wieviel umstände welche sich vereinigen unvermerkt den freund in einen liebhaber und die vertraute in die hauptperson eines neuen romans zu verwandeln in einer gemütsverfassung von dieser art befand sich agathon als danae welche vernommen hatte daß er den ganzen abend in der einsamsten gegend des gartens zugebracht sich nicht mehr zurückhalten konnte ihn aufzusuchen sie fand ihn mit halbem leib auf einer grünen bank liegen das haupt unterstützt und so zerstreut daß sie eine weile vor ihm stand eh er sie gewahr wurde du bist traurig kallias sagte sie endlich mit einer gerührten stimme indem sie augen voll mitleidender liebe auf ihn heftete kann ich traurig sein wenn ich dich sehe erwiderte agathon mit einem seufzer welcher seine frage zu beantworten schien auch gab ihm danae keine antwort auf ein so verbindliches compliment sondern fuhr fort ihn stillschweigend aber mit einem gesicht voll seele und mit augen die voll wasser standen anzusehen er richtete sich auf und blickte sie eine weile an als ob er bis in den grund ihrer seele schauen wollte ihre herzen schienen durch ihre blicke ineinander zu zerfließen liebst du mich danae fragte endlich agathon mit einer von zärtlichkeit und wehmut halberstickten stimme indem er einen arm um sie schlang und fortfuhr sie mit betränten augen anzuschauen sie schwieg eine zeitlang ob ich dich liebe war alles was sie sagen konnte aber der ausdruck der ton womit sie es sagte hätte durch alle beredsamkeit des demosthenes nicht ersetzt werden können ach danae erwiderte agathon ich frage nicht weil ich zweifle kann ich eine versicherung von welcher das ganze glück meines lebens abhängt zu oft von diesen geliebten lippen empfangen wenn du mich nicht liebtest wenn du aufhören könntest mich zu lieben was für gedanken mein liebster kallias unterbrach sie ihn wie elend wär ich wenn du sie in deinem herzen fändest wenn dieses dir sagte daß eine liebe wie die unsrige aufhören könne ein übel verhehlter seufzer war alles was er antworten konnte du bist traurig kallias fuhr sie fort ein geheimer kummer bricht aus allen deinen zügen hervor du begreifst nicht nein du begreifst nicht was ich leide dich traurig zu sehen ohne die ursache davon zu wissen wenn mein vermögen wenn meine liebe wenn mein leben selbst hinlänglich ist sie von dir zu entfernen o so verzögere keinen augenblick dein innerstes mir aufzuschließen der gefühlvolle agathon war bis zu sprachloser entzückung gerührt er wand seine arme um sie drückte sein gesicht auf ihre klopfende brust und konnte lange nur durch die tränen reden womit er sie benetzte nichts ist ansteckender als der affekt einer in empfindung zerfließenden seele danae ohne die ursache aller dieser bewegungen zu wissen wurde so sehr von dem zustande gerührt worin sie ihren liebhaber sah daß sie ebenso sprachlos als er selbst sympathetische tränen mit den seinigen vermischte diese szene welche für den gleichgültigen leser nicht so interessant sein kann als sie es für unsre verliebten war dauerte eine ziemliche weile endlich faßte sich agathon und sagte in einer von diesen zärtlichen ergießungen der seele an welchen die überlegung keinen anteil hat und worin man keine andere absicht hat als sein volles herz zu erleichtern ich liebe dich zu sehr unvergleichliche danae und fühle zu sehr daß ich dich nicht genug lieben kann um dir länger zu verhehlen wer dieser callias ist den du ohne ihn zu kennen deines herzens würdig geachtet hast ich will dir das geheimnis meines namens und die ganze geschichte meines lebens so weit ich in selbiges zurückzusehen vermag entdecken und wenn du alles wissen wirst denn warum sollt ich einer seele wie die deinige nicht alles entdecken dürfen dann wirst du vielleicht natürlich finden daß der flüchtigste zweifel ob es möglich sein könne deine liebe zu verlieren hinlänglich ist mich elend zu machen danae stutzte wie man sich vorstellen kann bei einer so unerwarteten vorrede sie sah unsern helden so aufmerksam an als ob sie ihn noch nie gesehen hätte und verwunderte sich jetzt über sich selbst daß ihr nicht längst in die augen gefallen war das weit mehr unter ihrem liebhaber verborgen sein müsse als die nachrichten des hippias und die umstände worin sich ihre bekanntschaft angefangen vermuten ließen sie dankte ihm auf die zärtlichste art für die probe eines vollkommenen zutrauens die er ihr geben wolle und nach einigen vorbereitenden liebkosungen womit sie ihre dankbarkeit bestätigte fing agathon die folgende erzählung an fünftes kapitel sechstes buch geschichte des agathon